Herzlich Willkommen hier in der Quatschbrücke, hier wird nicht nur gut gequatscht, sondern sofern angemessen auch gut Quatsch gemacht. Ja, liebe Leute, ich bin heute wieder alleine, wir haben die 26. Ausgabe und ihr fragt euch, Tobi, wieso 26? Weil, eigentlich müsste es doch 27 sein. Da habt ihr nicht ganz unrecht, wenn ihr das denkt, was ich mir gut vorstellen könnte, dass ihr genau das gerade denkt. Und, es liegt halt daran, dass ich, das habt ihr vielleicht nicht so mitbekommen, wenn ihr nicht so Social Media verfolgt oder nicht im Discord seid und so, oder beides. Ja, letzte Woche lag ich leider ziemlich flach. Karneval ist, angedacht war es, also es war für Karneval eigentlich angedacht, dass ich eine gute Zeit haben möchte. Und daraus wurde, Tobi, du bist krank und musst im Bett liegen. Ja, macht immer Spaß, was? Und jetzt kann man natürlich denken, ja, das war ja natürlich dann, weiß ich nicht, nicht so cool. Nur, sind wir mal ehrlich, was soll man machen? Ich meine, man kann sich darüber aufregen, man kann sagen, irgendwie, jetzt habe ich mal ein bisschen Freizeit gehabt, weil über Karneval ist dann ja ein bisschen mehr, eben, ein bisschen mehr Freizeit, auch nicht viel. Aber trotzdem ein bisschen mehr. Und im Großen und Ganzen war es aber dann trotzdem eigentlich blöde, weil ich eben im Bett lag. Nur, ist mir aufgefallen, ich habe im Bett gelegen und trotzdem habe ich in dem Sinne jetzt nichts, nichts gemacht. Ja, also, das ist ganz wichtig bei mir, ich mache immer irgendetwas. Und wenn es nur Nachdenken ist, aber nur rumliegen, ohne irgendwas zu machen, das gibt es bei mir nicht. Also, ich mache immer irgendetwas. Ich kann zwar chillen und mich auch, ich sage mal wirklich, ja, wie soll man es sagen, ich kann mir mal wirklich Ruhe antun, aber nur so rumzugammeln irgendwie, das geht nicht. Von daher habe ich angefangen, mal darüber nachzudenken, wie war eigentlich damals deine Coverage so, in den letzten Jahren, so auf YouTube, auch auf Twitch und habe mir einfach so ein bisschen was angeschaut. Das heißt, ich habe mir angeschaut, wie war damals die Coverage bezüglich, keine Ahnung, so ein Spiel wie Wilson, so ein Spiel wie Mew Legend oder The Villian. Was hat dich damals so gereizt und vor allem, was kannst du diesbezüglich für Diablo 4 eben besser machen. Und, ähm, ja, da habe ich zum Beispiel diese beiden Diablo 4 Talks, diese neuen, die habe ich dann eben auch ganz klar, ähm, wie soll man es sagen, ähm, im Bett aufgenommen, auf dem Handy und trotzdem, ähm, finde ich es ganz in Ordnung, sage ich mal, ja. Aber wenn ihr jetzt halt von iTunes kommt und Spotify, weil so, ja, das muss ich nur noch freischalten. Zu dem Zeitpunkt, während ihr das hier hört, habe ich das noch nicht freigeschaltet, also ich habe es hochgeladen, aber ich muss halt die Beschreibung noch fertig machen. Oh, Jesus, das habe ich völlig vergessen. Naja, egal. Auf jeden Fall, wenn ihr das auch immer hier hören, wann ihr auch immer das hören solltet. Ähm, tja, zu dem Zeitpunkt habe ich es noch nicht gemacht, von daher muss ich das in dem Sinne noch machen. Also, während ich jetzt rede, habe ich es noch nicht gemacht. Aber jetzt ist natürlich die Frage, Tobi, ähm, was hast du denn gemacht? Ich meine, du hast hier deinen eigenen Content mal angeschaut. Ist das nicht total cringe, sowas? Und die Antwort lautet, das ist mega cringe. Also, das ist wirklich mega, mega cringe. Da hat man echt das Gefühl, irgendwie, ähm, man sieht seinen eigenen Content irgendwie komplett neu und denkt sich so, alter Schwede, das hat man sich damals für eine Scheiße ausgedacht. Aber ich bin auch mit vielen zufrieden. Also, wenn ich mir einfach so die alten Videos anschaue, vor allem halt Stream-Mitschnitte und so, halt das Wichtigste, finde ich gut. Und, aber, bezüglich Diablo 4, und viele hören sich das ja eben auch hoffentlich auch wegen Diablo 4 teilweise halt auch an meinem Podcast, weil da spreche ich ja auch relativ oft drüber. Ja, können wir heute auf jeden Fall mal drüber sprechen, ähm, auch im Laufe dieses Podcasts. Ja, also nicht Diablo 4, sondern Blizzard allgemein. Ähm, ich weiß nicht. Ich finde halt, dass ich vieles damals gut gemacht habe, aber auch einiges einfach nicht gut gemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Also, ich würde mir diese Guides, die ich damals zum Spiel wie Woodson aufgenommen habe, haben, definitiv nicht anhören. Also, das ist mir einfach zu anstrengend. Das ist viel zu lange, das ist nicht durchdacht, das ist nicht genau strukturiert, das ist, das ist einfach kein Guide sowas. Das ist irgendwie so bla bla bla. Und das geht halt für mich überhaupt nicht. Ich finde das richtig anstrengend. Und von daher, ähm, kann ich auch teilweise die Kritik damals verstehen, gut, die Kritik so im Hinblick wie, also im Hinblick auf so Themen wie, naja, das ist aber auf, äh, auf Englisch das Spiel und du schreibst immer den Titel Deutsch rein. Sorry, aber so eine Kritik finde ich halt immer wieder lächerlich. Egal, wie man dieses Spiel spielt, egal, wie die Fähigkeiten heißen, wenn man die Fähigkeiten erläutern kann, man muss doch nicht immer genau wissen, auch in World of Warcraft oder in anderen Spielen, du musst doch nicht genau wissen, wie die Fähigkeit heißt. Wenn das halt, sag ich mal, so eine kegelförmige Attacke ist, dann sagt man halt einfach irgendwie Cone-Effekte, so. Gut, jetzt hat man wieder das Denglisch, ich weiß, ja, das ist auch fürchterlich, da werde ich auch für kritisiert. Ich versuche das dann wirklich zu ändern, also entweder voll auf Englisch, die Begriffe, oder nur auf Deutsch, oder ich gebe beides an. Aber dieses Denglisch ist halt auch schwierig, da gebe ich euch definitiv recht. Aber trotzdem, als ich damals für Wurzeln Geiz aufgenommen habe und das Spiel eben auf Englisch gespielt habe, dann hieß es so, ja, aber der Geiz soll auf Deutsch sein, das Spiel ist nicht auf Deutsch, warum ist das so? Und dann habe ich mich dann teilweise sogar rechtfertig, heute würde ich da gar nicht drauf eingehen, wenn ich ehrlich bin. Also bei aller Liebe, das ist halt eine Kritik, die ich lächerlich finde, ganz einfach. Weil ich habe die Fähigkeiten erläutert, was es halt ist und ob die Fähigkeit jetzt genauso im Deutschen heißt oder im Englischen heißt, ist doch völlig egal. Hauptsache man weiß, worum es da geht, so. Das ist halt einfach, sag ich mal, eine Bogenattacke, dann muss man nicht sagen, wie die Attacke ganz genau heißt. Und bei den Stats, also bei den Attributen ist es auch nicht so schlimm, ob das jetzt, ich sag mal, ob Dexterity jetzt in Beweglichkeit irgendwie übersetzt wird oder in, keine Ahnung, Geschick oder so. Interessiert doch eigentlich keinen. Es geht einfach darum, dass man direkt versteht, worum es geht, so. Naja, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass ich halt diese Geiz richtig schlecht gemacht habe. Also ich würde mir sowas definitiv nicht anhören und ich würde da echt halt auch gar keinen Bock drauf haben, da drüber nachzudenken. Und von daher möchte ich eben im Link auf Diablo 4, was ja das Hauptdefinitiv in diesem Jahr sein wird, möchte ich halt was Positives hinbekommen. Dass man wirklich diese Talks hat, wo man sich halt, sag ich mal, wo du im Hintergrund einfach irgendwas laufen lässt, so als Con-Creator oder eben als Zuschauer und Zuschauerinnen und Divers, bekommst du irgendwie was vorgesetzt, was du dir anschauen kannst und nebenbei quasselt halt einer. Und ich bin halt derjenige, der quasselt und ich glaube, das ist eine gute Sache. Und dazu habe ich auch schon einige Ideen, deswegen ja auch die verschiedenen Kategorien, da kann man auf jeden Fall einiges zu sagen. Nur, sind wir mal ehrlich, ich finde halt, dass diese Mischung es halt ausmacht und ich bin der Meinung, man sollte nicht zu viel von beidem machen. Also von irgendwas davon. Wenn es jetzt nur Talks wären, dann wäre es ja auch keine richtige Coverage. Wenn es aber ja auch nur ums Gameplay geht, wie willst du dann halt was in Richtung Faszination oder Begeisterung oder allgemeine Liebe zum Action-RPG oder so erläutern, das klappt halt auch nicht. Naja, von daher, ich habe einiges daraus gelernt und habe vor allem nochmal so einen guten Überblick über das bekommen, was ich im letzten Jahr gemacht habe. Und es ist halt echt krass, erstens wie lange ich diesen Blödsinn schon mache und vor allem irgendwie, keine Ahnung, wie viel Spaß mir das halt immer noch bereitet. Jetzt habe ich aber gestern, nee, was gestern, doch genau, gestern, das heißt, ich nehme heute am Montag auf, wann auch immer der das hört, ich weiß nicht, er hört das am Dienstag, ähm, was soll ich gesagt haben? Genau, da war ich bei Becky im Stream und habe so aus Spaß raus, ähm, oder reingeschrieben nach dem Motto, ja, Diablo 4 und danach gehe ich in Rente. Und so ein bisschen, finde ich, ist da was dran. Also, dass ich nochmal so ein richtig großes Ding nach Diablo 4 aufbauen werde, ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Also, so eine Coverage, wie die hoffentlich ausfallen wird, mit so viel Begeistung und so viel Durchdachtem und so, wird es wahrscheinlich in der Form dann nicht mehr geben. Ich meine, ich mache mal ein Kram irgendwie zu den Spielen, die mir wichtig sind, aber jetzt so, also schon mal als Vorbereitung auf ein Game, was noch rauskommt, dazu dann Talks und Guides und so, schon Beta-Guides, später dazu dann mehr. Ich glaube, so etwas mache ich, ehrlich gesagt, danach nicht mehr. Ich glaube, dann ist halt, so blöd das klingt, dann ist wirklich die Rente so ein bisschen gekommen und, ähm, es wird halt einfach Zeit zu überlegen, was du noch machen möchtest und was nicht. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass dann so langsam in der Sicherheit dann vieles wegfallen wird, das heißt, wahrscheinlich nur noch Podcasts und nur noch Streams. Und auch da muss man halt schauen, wie viele und wie die ausfallen werden, das muss man halt gucken. Ich möchte halt nicht schwarz malen, aber ich glaube halt, dass Diablo 4 soll wirklich so das Highlight werden der letzten Jahre, da möchte ich wirklich so viel Zeit reinstecken und habe mir schon so viel vorgenommen. Und ja, was soll man sagen, that's it, das ist halt einfach so, that's it, ja, so sieht es halt aus. Und ich glaube halt, dass es völlig legitim ist, das auch so anzusprechen. Für mich persönlich ist es halt das Highlight und ich möchte einfach nur eine richtig gute Zeit haben, wie ich es auch versucht habe, ja auch in den Videos zu erläutern. Von daher freut euch, wenn ihr das eben gerne verfolgt, freut euch auf den Kram, der dann auch kommt, die nächste Zeit, nächste Mortal und natürlich auch zum Release und danach und so. Aber ich sehe halt kein Spiel, nebens Ashes of Creation ist das einzige Richtung MMORPG, was mich wirklich nochmal begeistern könnte. Gut, wir haben dieses Jahr vielleicht noch sowas wie Throne of Liberty, was ist nächstes Jahr, was wieder von Amazon Game Studios irgendwie gepublished wird. Ähm, wieder ein koreanisches MO, hieß früher Lineage Eternal. Vielleicht ist das nochmal was, was ich überhaupt nicht auf dem Zettel habe und was dann so richtig abgeht. Aber ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Ich glaube halt wirklich, dass Diablo 4 einfach so wie das klingt, das wird mein letztes großes Spiel werden. Und die Frage ist natürlich, wie lange wird man es spielen und wie langfristig ist es ausgelegt und so. Also, aber dass ich danach nochmal wirklich so eine richtig große Coverage machen werde zu einem Spiel, ähnlich wie eben bei Wilson, dass man schon die Alpha covert und die Beta und nochmal die Beta und den Release und nach dem Release und so. Ich glaube, das wird nicht mehr passieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, da wird dann die Begeisterung langsam weg sein. Aber ja, auf jeden Fall habe ich halt viel die letzten Jahre gemacht und bin auch so ein bisschen, man muss natürlich auch selbstkritisch sein. Und das sieht man ja auch ganz klar auch an den Zahlen. Bin halt lange Zeit einfach auch stehen geblieben, bin absolut stagniert. Und meine, mein Ziel ist einfach, das ist das, was ich auf jeden Fall erreichen möchte dieses Jahr. Mein Ziel ist, keine Ahnung, dass ich halt einfach mit Diablo 4, mit der gesamten Coverage, dass ich einfach mal neue Leute kennenlerne, dass ich vielleicht mehr Zuschauer habe, dass ich wieder Subs hinbekomme, dass ich das Ganze gut refinanzieren kann, ohne dass ich darüber nachdenken muss. Und diese Überlegung hatte ich leider schon, ob ich halt iTunes und Spotify, sprich den Upload, auf die beiden Quellen, ob ich das noch hinbekomme oder nicht. Und ja, ich meine, sind wir ehrlich, Quatschfabrik auf iTunes und Spotify ist sehr, sehr klein. Also wirklich, das sind teilweise 10, 15 Aufrufe. Aber Serienhorizont wiederum ist teilweise das Doppelte, vielleicht sogar das Dreifache oder so. Und von daher, oder noch mehr. Also es gibt einige Serienhorizont-Ausgaben, die sind auf YouTube viel kleiner, als die irgendwie auf iTunes und Spotify sind. Und naja, auf jeden Fall, Ziel wäre, dass ich das beibehalten kann. Und das geht eben nur, indem ich halt wirklich dann eben auch erfolgreich genug bin dieses Jahr. Und da versuche ich mir echt für den Arsch aufzureißen. Und ich glaube, wir sind da auf einen guten Weg. Gut, von daher, ja, deswegen ist der Podcast eben letzte Woche ausgefallen. Ich lag eben im Bett und habe eben dann trotzdem so ein bisschen nachträglich drüber nachgedacht. Wie war es eigentlich damals? Warum hast du das gemacht? Was war dir wichtig? Und vor allem siehst du nochmal andere Spiele, die dich nochmal so begeistern können. Und ich sehe echt nichts mehr. Ich sehe halt Diablo 4 jetzt. Aber kommen wir mal zum nächsten Thema diesbezüglich. Vor Diablo 4 soll echt nochmal die Post abgehen. Also ich habe das jetzt gemerkt. Fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Ich meine, das Hauptthema wird ja heute sein der März und so weiter. Die Vorfreude auf den März. Aber ich habe es einfach gemerkt. Ich habe jetzt wirklich seit, ja eigentlich seit Sommer letzten Jahres, seit Juni. Oder Juli besser gesagt. Seit Juli 2022 habe ich nichts anderes gestreamt, als einmal ganz kurz Diablo die Season. Ganz, ganz kurz und sonst nur WoW Classic oder WoW Retail. That's it. Und ich bin der Meinung, dass das halt irgendwann dann einfach auch zum Zuschauen uns so richtig langweilig wird. Und von daher habe ich eben gesagt, dass ich auf jeden Fall Diablo streamen möchte. Einfach mal, um eine Abwechslung zu haben. Und ich freue mich halt auch drüber. Aber ich sage eben auch ganz klar, dass halt ich vor Diablo 4 einfach noch einige Games nochmal richtig mir anschauen möchte. Das heißt, es stehen noch auf der Agenda, das ist kein Scherz, Elden Ring. Auch wenn ich dafür irgendwie jetzt schon belächelt werde. Und leider kostet es immer sehr viel Geld. Ich hoffe, es wird ein bisschen billiger. Elden Ring, die Story von Final Fantasy XIV bis zum aktuellen Stand. Lost Ark. Und ja, das war es so ungefähr. Also diese Spiele auf jeden Fall. Elden Ring, Final Fantasy XIV und Lost Ark. Und natürlich Diablo 3. Aber gut, Diablo 3, naja. Ja, das ist ja in dem Sinne halt, wie es immer war. Und daher, da freue ich mich drauf, dass ich das auf jeden Fall vorher nochmal mache. Und vielleicht noch andere Spiele. Und wie man gesehen hat, jetzt komplett irgendwie ungeplant. Habe ich dann jetzt eben gestern mit meinen beiden Mods, Syrien und Heiko, die ja auch vor allem halt den Discord-Server zusammen mit Moris Extrem einfach irgendwie pushen. Haben wir gestern Last Epoch gespielt. Und da möchte ich jetzt erstmal als erstes drüber reden. Also generell möchte ich sagen, dass ich vor Diablo 4 einfach noch viel anderen Kram erleben möchte. Ja, also dass man einfach mal andere Spiele erlebt. Dass man vielleicht nochmal wieder andere auch, eine andere Zuschauerschaft auf Twitch nochmal bekommt. Und auch für YouTube-Videos und so. Ich sage nicht, dass ich Variety-Streamer werden möchte. Das ist nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Also Variety-Streamer, da sehe ich mich nicht. Wenn Diablo 4 rauskommt, soll Diablo 4 auf jeden Fall Main Game mit großem Abstand werden. Und halt der Rate mindestens einmal die Woche in Classic. Aber that's it. So. Und im Moment ist es halt so, wir über Classic hat Main Game und wir Retail Second Game. Naja, und Diablo 3 halt jetzt wieder ein bisschen, aber eben auch lange Zeit nicht. Von daher, so sieht es halt aus. Das ist halt einfach das Ding. Und ich glaube halt, dass man das eben auch diesbezüglich genauso sagen kann. Es tut, glaube ich, einfach gut, dass man sagt, dass das halt einfach das Richtige jetzt darstellt. Dass man wirklich sagt, nee, komm Leute, wir machen das halt so. Wir haben da Bock drauf. Und wir spielen nochmal ein bisschen vor Diablo 4. Also wir lassen nochmal so richtig die Sau raus. Und schauen uns mal andere Games an. Schauen uns mal andere, wie gesagt, Communities und so an. Aber dann wieder nichts mit Variety oder so, sondern wieder voll Main Game. Und das ist das, was mich halt auch auszeichnet. Ich bin jemand, der ungern zwischen den Spielen hin und her springt. Also wenn ich sowas mal mache, dann mache ich das meistens irgendwie, dass ich dann sage, okay, da wird ein extra ein bestimmter Slot für, in dem sind es freigehalten. Also sagen wir mal zum Beispiel, wenn der Sonntagsrate jetzt, sage ich mal, ausfallen sollte generell, dann würde ich halt sonntags immer irgendwas anderes streamen als halt freitags. So, und samstags kann es mal sein, dass ich eben streame. Aber sind wir ehrlich, nur wenn ich wirklich Bock habe und es wirklich was Interessantes eben auch zum Zuschauen gibt. Von daher, die beiden Mainstreams, die beiden Hauptstreams oder so möchte ich die beiden Freitags- und Sonntags-Streams. Und Sonntags soll vor allem mal eben noch was anderes eben vorliegen. Das heißt im Moment vor allem Diablo 3, aber eben auch sowas wie Last Epoch. Und ja, das ist mir einfach wichtig, aber wenn Diablo 4 rauskommt, wenn es so gut wie draußen ist, dann soll es nur noch dieses Thema geben. Ich möchte halt, so blöd das klingt, bei mir soll es klar sein, was ich für ein Spiel spiele. Das heißt, wenn die hören Quatschrig, sollen die vor allem wissen im Moment, wie bei Classic und noch ein bisschen wie bei Retail und ein bisschen Diablo. Die sollen nicht wissen irgendwie Sons of the Forest, wie es heißt oder keine Ahnung. Also ihr wisst halt, tausend verschiedene Spiele und das mag ich nicht. Ich möchte halt, dass man sich mit irgendetwas identifizieren kann und bei mir soll es halt ganz klar wie immer eigentlich Diablo oder WoW sein. Oder eben Final Fantasy XIV. Das sind so die drei großen Games der letzten Jahre, wenn man mal von New Legend und dem Video ein bisschen absieht und Wolcen. Aber das waren wirklich so die drei großen Games. Und ja, das soll auch weiterhin der Fall sein. Das heißt, dafür soll ich, oder möchte ich in Anführungszeichen bekannt sein, weil ich der Meinung bin, dass ich das, glaube ich, ganz interessant rüberbringe und dass man halt definitiv hier auch eine gute Zeit haben kann. Ob man was lernen kann, ob es Gameplay-wise gut genug ist, keine Ahnung, ich glaube eher nicht. Aber ja, von daher Diablo 4, vorher lassen wir mal die Sau raus. Ich fange mal kurz an mitzuschreiben, weil es dann einfacher ist, dass ich dann die Beschreibung super schnell fertig habe. Nicht wundern. Ich schreibe das jetzt ganz kurz mit. Da ist, wir haben jetzt hier gerade Quatschabrik 26. Erstmal, warum Zork ausgefallen. Letzte Woche ausgefallen. Und dann vor Diablo 4, Diablo 4 nochmal richtig, richtig was erleben. Genau. Das heißt, so sieht es aus. Und dann muss man mal schauen, welche Spiele es halt sind. Also sprich, Lost Ark, Elden Ring, Final Fantasy XIV, Last Epoch und vielleicht hat noch irgendwelche anderen Games. Aber, wie gesagt, das soll wirklich halt einfach nochmal so eine Möglichkeit sein, nochmal mehr zu erleben. Aber ich möchte halt, dass Main Game danach wirklich Main Game ist. Und bei mir soll es klar sein, aktuell ist es wie über Classic. Früher war es wie über Retail. Und ja, ab Diablo 4 soll es halt Diablo 4 sein. Auch wenn wir halt immer nicht genau wissen, wie es wird. Aber, naja, die Vorfreude ist ja die schönste Vorfreude, wie wir wissen. Von daher mal gucken. Das ist also dazu. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist... Last Epoch. Ein Spiel, was ich so mal in der Alpha gespielt habe, ein Action-RPG. Und als dann Syrion zu mir irgendwie gestern, oder mir geschrieben hat, so nach Tobi, das ist nur noch irgendwie heute so mit der Beta. Das heißt irgendwie, die Tage geht es nicht mehr, reinzuschauen, bis es halt dann am 9. März live geht. Die Multiplayer-Version. Da habe ich relativ schnell geschrieben, okay, ich mache das, dann spielen wir halt heute nicht nur Diablo, sondern irgendwie was anderes noch ein bisschen dazu. Und ich bin halt einfach der Meinung, dass es halt einfach genau das Richtige ist. Ich bin der Meinung, dass es mal gut tut, mal ein anderes Spiel zu haben, was nicht WoW, was nicht Final Fantasy, was nicht Diablo ist. Und ich war total begeistert, also wirklich hin und weg gestern. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ihr könnt euch gerne nochmal den Mitschland anschauen, auch hier auf YouTube. Oder wenn ihr auf iTunes, Spotify seid, dann bitte auf YouTube eben schauen. Wie gesagt, Last Epoch steht für, ja, die letzte Epoche, wenn man so möchte. Und es geht vor allem, dass man so zwischen den Zeiten hin und her springt. Wie das jetzt genau von der Story abläuft, habe ich selbst noch nicht genau verstanden. Aber so in diese Richtung geht es auf jeden Fall. Und meiner Meinung nach, ja, wie soll man das jetzt sagen? Ich glaube persönlich, dass es ein Game ist, was mir wirklich gefallen kann jetzt in nächster Zeit. Also, ja, Diablo 3 soll eigentlich erstmal so das Haupt sein, nehmen wir Real Classic. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dann ab dem 9. März wirklich da mal ein bisschen genauer in Last Epoch reinzuschauen. Ich sage aber eben auch, das ist ein Game, was ich nicht alleine spielen möchte. Ja, das ist jetzt kein Game, was ich off-stream spielen möchte oder so. Das interessiert mich nicht so. Aber für den Stream mit Leuten zusammen, Sion hat schon gesagt, er wird dann halt mitspielen. Sehr, sehr gerne. Ähm, macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Hat mit der Alpha-Mann auch überhaupt nichts mehr zu tun. Sieht richtig gut aus. Sieht auch sehr, sehr, ähm, auch, ich sag mal, ähm, ich sag mal, durchdacht aus. Das heißt, du wirst, glaube ich, sehr viele verschiedene Klassen haben und Builds. Ist natürlich ähnlich wie Diablo eben mit ISO-Perspektive. Wie gesagt, hat er ein Action-RPG. Aber ja, ich glaube, da gucken wir auf jeden Fall ein bisschen genauer rein. Ich freue mich drauf. Einfach mal was anderes zu erleben. Denn bei aller Liebe, ich spiele so gerne Classic und so gerne wie Retail und so. Aber irgendwann kannst du den Kram auch erstmal nicht mehr sehen. Und dann möchtest du noch raiden, okay. Aber mehr möchtest du eigentlich nicht mehr so wirklich machen. Zumindest Stand jetzt. Das ändert sich bei mir immer relativ schnell. Also ich, bei mir ist es halt so, das wisst ihr vielleicht auch. Immer dann, wenn ich irgendwie ein neues Ziel habe. Zum Beispiel jetzt mit dem Reroll mit dem Priest. Da habe ich ja wirklich Gas gegeben. Habe ich ja sogar den Boost für bezahlt. Dass ich nur 10 Level machen musste. Und ja, das sind halt so Dinge. Aber wenn man mal davon absieht, dass das jetzt erstmal nicht geplant ist. Ja, tut es mal gut, eben auch andere Games sich anzuschauen. Und einfach vor allem auch mal wieder andere Leute über Twitch, über YouTube in dem Sinn kennenzulernen. Das ist mir persönlich super wichtig. Und natürlich hilft es auch, sind wir ehrlich, dass wenn das Ganze vor Diablo 4 stattfinden soll. Mit Lost Ark, mit Lost Epoch, mit Elden Ring. Es hilft natürlich. Weil man kann halt, gerade wenn es Action-RPGs sind. Und den Leuten die Streams gefallen. Kann man eben auch sagen, ja Leute, im Moment ist das noch so ein Content, den ich so einigermaßen gerne mitnehme. Aber wenn es Richtung Diablo 4 geht, dann ist mein Main Game. Weil gestern kam halt der Spruch von Syrien nach dem Motto, Tobi, du bist doch Content-Creator, also denk dir mal Builds aus. Und ich so, nee, sorry, für das Game mache ich das nicht. Aber für Diablo 4, da möchte ich halt weitaus mehr machen. Ja, dann soll es halt schon in der Beta halt, also zu der Beta schon Videos geben. Und dass ich mir schon überlege, welche Spielweise gefällt mir und so. Das ist ja genau das, was diese Coverage ausmachen soll. Da soll es ja verschiedene Dinge geben. Und da möchte ich mich halt wirklich, so blöd das klingt. Da möchte ich mich drin verlieren. So, das ist das, worauf ich so Bock habe, einfach mal wirklich da einzutauchen. Und einfach mal, wenn du weißt, du hast abends ein bisschen Zeit zu zocken, einfach mal dich wirklich drauf freuen können. Das ist das Ding. Und das habe ich halt aktuell, gut, unter der Woche sowieso schwierig. Aber am Wochenende habe ich das schon. Aber Diablo 4 ist halt Diablo 4. Das ist halt mein Spiel dieses Jahres überhaupt. Das Jahr, also das Spiel der letzten Jahre. Und von daher, ja, da habe ich so ultra Bock drauf. Und da soll es auf jeden Fall in die Richtung gehen. Aber ja, Last Epoch macht einen herausragenden guten Eindruck. Sieht, finde ich, sehr interessant aus. Und das werde ich auf jeden Fall mir vielleicht mal genauer anschauen. Zumindest irgendwie mal in den Streams. Wie gesagt, also, dass ich da wirklich groß Content zu mache, ist eher unwahrscheinlich. Ich habe auch heute Morgen darüber nachgedacht. Tu, ich mache jetzt wieder irgendwie eine neue Playlist auf auf YouTube. Vielleicht, wenn es wirklich Content dazu gibt, also wirklich halt Continuation Content. Ich glaube es halt nicht, ehrlich gesagt. Aber wir werden es sehen. Wenn ich von was begeistert bin, mache ich dazu Content. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Ganz einfach, weil ich Bock drauf habe. Von daher, wir werden mal abwarten. Aber, ja, wir schauen einfach mal. Vielleicht kommt es so, vielleicht kommt es nicht so. Kann es euch im Stand jetzt nicht genau sagen. Aber ich finde es wirklich cool, mal sowas spontan mal gemacht zu haben. Und das Haupt ist halt, es soll jetzt auch nicht irgendwie wieder... Ich möchte mich dafür nicht irgendwie selbst loben oder so. Auf keinen Fall. Aber, naja, sind wir mal ehrlich. Jetzt mal wirklich ehrlich. Einfach sagen zu können, hier, meine Mods, ihr macht immer so einen guten Job und so. Das ist ja auch der Grund, warum ich halt gerne mit Moritz auch Diablo hier bei Retail gespielt habe. Obwohl ich nicht immer so zu 1000% Bock auf M Plus und so hatte. Aber einfach auch so ein bisschen, um dem was zurückzugeben. Und das gestern war halt so ein Moment irgendwie, der Söhn hat sich eh den Arsch schon aufgerissen für mich die letzte Zeit. Und da habe ich gedacht, so, ja, warum nicht... Warum denen nicht mal eine Freude machen? So, und mit Elden Ring genauso. Das Spiel, das Spiel streame ich nicht für mich. Weil wenn ich da irgendwie kaputt gehe, weil ich so oft sterbe, das mache ich, weil ich weiß, da freuen sich so viele Leute schon seit Ewigkeiten drauf, dass die mir beim Ferien zuschauen dürfen und so und können. Und ich glaube, es ist halt auch super cool für YouTube. Von daher, ich freue mich da schon drauf. Ähm, aber das mache ich halt einfach als kleines Dankeschön. So blöd sich das auch anhören mag, aber dafür mache ich das halt vor allem. Aber nicht, weil ich da unbedingt Bock drauf habe. Das ist auch der Grund, warum mache ich den Halloween-Streams die letzten Jahre eigentlich so gut wie immer. Obwohl ich ja eigentlich so mit Halloween, also überhaupt mit, sag ich mal so, so Horror-Games überhaupt nichts, wirklich überhaupt nichts anfangen kann. Das mache ich halt einfach als Dankeschön für den Support. Ganz einfach. Und das muss man in dem Sinne auch gar nicht irgendwie groß ansprechen. Da muss man sich nicht für bedanken oder so. Ja, Tobi, das ist aber nett von dir. Nee, ich sehe das halt einfach als klares, ähm, einfach als Dankeschön an, dafür, dass die anderen in dem Sinne mich eben auch so zu supporten. So zu supporten. Gut, okay, also das war der Punkt, ähm, bezüglich Last Epoch. Mal schnell aufschreiben, dann vergesse ich das nicht. Last Epoch. So, reicht, wenn ich da einfach nur einmal was stehen habe, dann weise ich das ungefähr und kann das hinterher dann verändern. Ja, gut, kommen wir zum nächsten Thema. Also heute habe ich wirklich einige Themen. Und zwar kommen wir zum Hauptthema, worauf ich super Bock habe, drüber zu sprechen, denn der März. Der März ist dieses Jahr, finde ich, mega big, ähm, aus verschiedenen Gründen, und da gehe ich jetzt drauf ein. Fangen wir mal an. Warum ist der Herz mit März? Nein, warum ist der März mit Herz von Mitashi so wichtig für mich? Sagen wir mal so. Es gibt viele Menschen, die mit Mitashi12 auf Twitch und letztlich auf YouTube und so nichts anfangen können. Das kann ich absolut nachvollziehen. Dieser junge Mann ist halt sehr, sehr speziell. Der hat einen sehr speziellen Humor. Und er ist halt einfach, so blöd es klingt, er ist halt manchmal schon sehr seltsam. Aber für mich ist er, und das sage ich immer wieder, und da kann man mir auch Fanboytum unterstellen, stehe ich auch zu, er ist mit Abstand das Beste, was du auf Twitch bekommen kannst. Als ich nämlich im Bett lag. Und als ich ein bisschen Streams schauen wollte, ich wollte, genau, ich wollte erstmal gar nicht so meinen Kram irgendwie von früher nochmal so anschauen, sondern ich wollte eigentlich so ein bisschen einfach nebenbei, also im Bett halt rumgammeln, weil ich ja, wie gesagt, halt ein bisschen angeschlagen war, durch die Erkältung. Und dachte mir so, boah, jetzt kannst du mal ein bisschen Streams schauen und machst das. Und ich muss wirklich sagen, die meisten Streams habe ich nach mindestens anderthalb Minuten, also sag mal, anders gesagt, nach maximal zwei Minuten abgebrochen, die meisten Streams. Ich finde das einfach so todlangweilig. Das sind Streamer, die haben teilweise hunderte von Zuschauern, und ich denke mir jedes Mal so, warum zum Teufel soll ich mir das anschauen? Was habe ich davon? Also jetzt mal ohne Witz, was habe ich davon? Und ich sage es euch ganz klar, ich habe da gar nichts von. Also wirklich überhaupt nichts. Und das meine ich wirklich fucking ernst. Es gibt so viele Streamer und Streamerinnen, die sind so unglaublich langweilig. Da schläfst du bei einem beim Zuschauen. Das ist mir völlig egal, wie viele Zuschauer die haben und wie bekannt die sind, aber der Content von denen ist zum Einschlafen. Und wenn ich halt nebenbei so einen Stream schaue, das ist das eine, okay. Aber das andere ist halt einfach, und das finde ich persönlich wirklich krass, krass, krass und nochmals krass, wenn du sowas halt wirklich die ganze Zeit hier anschauen willst. Also ich habe halt auf mein Handy geschaut, und wenn ich halt gerade Streams schaue, dann kann ich natürlich gerade auf dem Handy nichts anderes machen. Das heißt, ich kann mich nicht irgendwie berieseln oder so. Und von daher hätte ich den Streams ja wirklich dann, wirklich, sage ich mal, de facto zuschauen müssen. Nicht einfach nur so im Hintergrund laufen. Es sei denn, man will jetzt nur irgendwie sich ein bisschen den Ton anhören, aber nein, das ist ja natürlich nicht der Gedanke dahinter. Und ich fand es einfach alles todlangweilig. Also wirklich todlangweilig. Und ich werde jetzt mal keine Namen nennen. Hinterher heißt es irgendwie, Tobi hetzt irgendwie im Podcast über Streamer und Streamerin und so. Aber wenn ich mir Streams anschaue, und wir sind ja gerade in Wirbel Classic halt beim Raiden, so. Und gerade, was ich gerade mache, während ich das hier erzähle, ist, ich pushe gerade Tailoring, sprich Schneiderei und Enchanting verzaubern auf meinem Disziplin-Priester. Ich versuche jetzt immer wieder auch die deutschen Begriffe zu sagen, so. Und während ich das jetzt hier mache, sage ich mal, würde ich eigentlich, wenn ich jetzt keinen Podcast aufnehmen würde, würde ich entweder eine Serie schauen oder ich würde halt im Stream nebenbei schauen, so. Und ich sage es, wie es ist, warum schaue ich denn die meiste Zeit nur VODs von Metashi? Weil das für mich der Streamer ist, der einfach eine Persönlichkeit darstellt. Und ich weiß nicht, der Unterschied ist einfach so krass. Und wenn ich mir dann halt einen Streamer anschaue, der eben auch zu Wirbel Classic einen Stream macht, und du siehst die ganze Zeit nur, wie die irgendwie jeden Tag und jeden Tag raiden, mit tausenden Charts und teilweise nichts dazu sagen, einfach so ihr Gameplay und boah, nee, das kann ich mir einfach nicht geben. Also bei der Liebe, das brauche ich nicht. Das hat ja nichts mit Entertainment zu tun. Wenn ich einen Stream anmache, möchte ich, dass durch mich Leute eine gute Zeit haben. Entweder, weil ich halt dumm feile, weil ich mich tot kaputt lache, oder weil ich halt so drin bin irgendwie bei Final Fantasy mit der Story und dass ich da so eigene Theorien aufstelle und so. Ich möchte einfach, dass sie wissen, warum sie diesen fucking Stream anmachen. Und so gut es klingt, so viele Leute, denen ich follow, die ich wirklich, also denen ich folge, die ich wirklich follow, ey, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist halt ganz nett vom Gameplay her, aber noch nicht mal richtig krass. Und es ist einfach todlangweilig. Und von daher, der Grund, warum ich halt so ein Metashi-Fanboy bin, ist vor allem, weil ich weiß, dass wenn ich Metashi-Streams entweder live oder eben nachträglich schaue, habe ich immer eine gute Zeit. Egal, wie beschissen der Tag war, egal, wie es mir mental auch gerade geht, wenn ich Metashi anmache, weiß ich, der Typ bringt mich einfach dazu, zu lächeln, vielleicht sogar zu lachen, sich kaputt zu lachen oder zumindest einfach wirklich mal sich besser zu fühlen. Und das ist für mich persönlich das Wichtigste, warum ich Streams schaue. Es geht mir um die Persönlichkeiten dahinter. Und da muss man einfach so sagen, da kann man noch so viele Views haben und noch so bekannt sein. Es gibt Streamer, die finde ich so todlangweilig. Das brauche ich einfach nicht. Und auch Streamerinnen. Von daher, ja. Aber Metashi hat irgendwie, also sagen wir mal so, wer Metashi gar nicht kennt, der wird jetzt aber überhaupt nicht verstehen, was ich meine. Der wird sagen, ja, aber ganz ehrlich, Tobi, der ist von mir aus irgendwie Entertainer, aber das ist halt ein Assi. Und die Antwort wird lauten, oder meine Antwort lautet immer, mag sein, dass er als Assi rüberkommt. Ich meine, er spricht irgendwie über Blowjob, er spricht irgendwie über, keine Ahnung, wie oft er über Sex und so spricht und immer irgendwelche Andeutungen macht. Und du denkst halt einfach, es ist einer irgendwie von der Straße so in die Richtung. Aber erstens, der Typ ist hochintelligent, meiner Meinung nach. Und zweitens, durch den Scheiß, den er macht, weiß man einfach, wie ich es gerade gesagt habe, wissen die Zuschauer, die wirklich Teil seiner Community sind, und das bin ich eben jetzt seit einiger Zeit, ich glaube seit bald drei Jahren oder so, die wissen einfach, egal wie es uns gerade persönlich geht, Metashi bringt uns dazu, eine gute Zeit zu haben. Und da kann man von mir aus mal ein bisschen drüber sein, man kann mal dumme Sprüche bringen, man kann von mir aus auch mal ein bisschen über die, auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, ein bisschen sehr unter die Gürtellinie gehen, aber scheiß drauf. Wenn er sich halt irgendwelche Assi-TV-Sachen anschaut, natürlich kann man das halt irgendwie kritisieren und kann sagen, ja, das hat man aber gar nicht nötig. Moment. So. Keine Ahnung, also das kann man natürlich alles sagen, und ich verstehe es ja auch halt irgendwie, aber noch einmal, dieser Mensch ist nicht nur hochintelligent meiner Meinung nach, er ist nicht nur der beste Entertainer, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern generell. Also, ich sehe aktuell keinen Streamer, der mithalten kann. Keinen. Überhaupt keinen. Von den Leuten, die ich follow, habe ich keinen, der mithalten kann. Einfach von der Art her, von, ich sag mal einfach von dem professionellen Entertainment-Faktor her. Für mich gibt es da einfach keinen. Ich bin halt Fanboy zu 1000%. Aber der Typ kann nicht nur Assi sein. Und das ist ganz wichtig. Und wenn ich sage, dass ich mich auf den März freue, liegt es vor allem auch wegen des sogenannten März mit Herz. Denn was der schon seit, ich glaube jetzt drei Jahren oder so macht, ist, dass er für einen sehr, 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 sehr guten Zweck sehr viel Geld sammelt. Und wirklich viel Geld. Er hat zusammen mit seiner Community, in Verbindung mit anderen Streamern, aber es ist jetzt relativ wenig, die eben daran involviert waren, hat er jetzt schon eine Viertelmillion Euro eingesammelt. Und da kannst du von mir aus Assi sein, wie du willst. Wenn ein Assi so viel Geld für einen guten Zweck sammelt, finde ich das noch schöner, als ich es so schön finde. Keine Ahnung. So, und genau das ist halt das Ding. Genau das ist das ganz, ganz große Ding. Das muss man halt einfach genau so ansprechen. Es ist krass, wenn man überlegt, wie viel Geld der schon eingesammelt hat. Natürlich verdient der viel Geld. Der hat irgendwie fast 10.000 Subs irgendwie auf Twitch oder so. Der macht Geld im Monat. Und zwar nicht wenig. Richtig viel Geld. Aber, trotzdem. Jedes Jahr spendet er. Das heißt, all die Donations, die reinkommen, er hat generell nie Donations drin. Das heißt, du kannst ihm nur durch Subs, die du selbst abschließt, oder wenn du Gifte subs, also wenn du subs, also sprich Abos verschenkst, nur so kannst du ihn finanziell unterstützen. Aber wenn der März mit Herz läuft, dann wird in dem Sinne alles in dieses Donation Goal reingepackt, beziehungsweise in dieses Spendenziel. Und das ist halt einfach, ich glaube, dieses Jahr wird es halt einfach eine absolute, es wird ein Meisterwerk werden, mein Mann nach. Er wird einen absoluten Rekord aufstellen. Ich gehe davon aus, dass die Summe, die er zusammenbekommen wird, unfassbar hoch sein wird. Es sind noch 30 andere Streamer und Streamerin dabei, deutschsprachige, und das ist halt einfach nur krass. Also das wird richtig, richtig groß, und ich freue mich darauf. Und, das Ding ist halt, Mitashi, finde ich, lehrt mich persönlich so viel. Jetzt kann man sagen, ja, aber Tobi, warum denn? Willst du Assi werden? Und da sage ich, nein. Aber ich weiß ganz klar, dass wenn Mitashi Streamen anmacht, dann ist es Entertainment. Und ich versuche, so ein bisschen genau das auch zu machen. Wenn ich einen Stream anmache, der jetzt spontan und in dem Sinne halt zusätzlich ist, dann mache ich den Stream nur an, wenn ich mich gut fühle. Und sonst lasse ich ihn aus. Ich lasse ihn sonst einfach aus. Das ist mir egal, ich lasse ihn sonst einfach aus. Und, ähm, Keine Ahnung, so ist es halt. Und von daher, für mich ist das halt einfach das Wichtigste, Leute sollen durch meinen Kram Spaß haben. Oder sie sollen halt zum Nachdenken gebracht werden. Die ganzen Podcasts, die sind ja teilweise irgendwie eben auch sehr ernst und so. Und auch die sind natürlich dazu da, nicht gerade zu entertainen, sondern halt irgendwie eine Message zu haben oder irgendwas auf jeden Fall zum Nachdenken zu bringen. Und so sehe ich das Ganze halt. Und von daher, ich freue mich auf den Herz mit Herz. Und zwar sehr, 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 sehr. Aber, es kommt eben dann, ähm, noch mehr. Es kommt dann noch auf, ähm, auf Twitch läuft aktuell eben das MDI, das heißt, das Mystic Dungeon International. Das ist in dem Sinne, das sind die besten Mystic Plus Spieler, also Mystic Plus, Mythisch Plus, Spieler in WWE Retail, in Dragonflight, aktuell. Und da zuzuschauen, macht schon ganz gut Spaß. Weil die Coverage ist ganz cool, sowohl deutschsprachig als auch eben international, also Englisch. Das ist schon eine ganz gute Sache, wie ich finde. Und das macht auf jeden Fall schon Launen dazu zuzuschauen. Nur, keine Ahnung, ähm, setz it so in die Richtung, ja, setz it. Also von daher, MDI ist ganz nett zum Zuschauen, freue mich drauf, aber das war es eben auch. so. Aber, wir haben eben nicht nur das, wir haben nicht nur den März mit Herz, wir haben nicht nur das MDI, auf Twitch, sondern wir haben eben auch die Serien. Und alter Schwede, ich wusste gar nicht, was für geiler Scheiß, diesen März kommt. Erst einmal, also für die Leute, die vor allem Serien-Holzont anhören, die werden sich jetzt sehr freuen, hoffentlich, denn ab Mittwoch fängt die dritte Staffel von Mandalorian an. Und ich möchte für die dritte Staffel wieder jede Woche eine Folgenbesprechung machen. Ich freue mich da mega drauf, die sind auch gut angekommen auf den Horizont das letzte Jahr bezüglich House of the Dragon und, ähm, Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Und von daher, ich habe da richtig Bock drauf, Mandalorian ist für mich eine der besten Serien überhaupt, nicht nur Star Wars bedingt oder Star Wars-like, sondern einfach generell ich hätte sie zu Ender machen können. Zu Star Wars Ender habe ich nicht gemacht. Fand ich ein bisschen schade so im Nachhinein. Das hätte ich, glaube ich, Bock gemacht. Aber ja, zu Mandalorian Staffel 3 möchte ich es auf jeden Fall machen. Aber wir haben noch andere Serien. Und zwar kommt Ted Lasso Staffel 3 auf Apple TV+. So, also nochmal, ähm, The Mandalorian, die Star Wars Serie kommt auf Disney+, die dritte Staffel. Und Ted Lasso das ist ja, ihr erinnert euch vielleicht, für die Leute, die sich, ähm, den Kram hier irgendwie geben. Ich habe da schon oft drüber gesprochen. Das ist eine Serie über ein, ich sag mal, ähm, Fußballtrainer aus den USA. Allerdings eine Comedy-Serie, ähm, der jetzt nach England kommt, zu einem Traditionsverein. und es geht eigentlich darum, dass die, die ihn engagiert hat, dass die eigentlich nur ihrem Ex-Mann, was irgendwie, keine Ahnung, die will ihm einfach eine, eine böse Zeit in dem Sinne, ähm, bescheren. Und deswegen möchte sie, dass der einfach so schlecht ist, der Trainer, und dass der Club halt gegen die Wand gefahren wird. Und, ja, nur, es kommt halt alles ganz anders. Er macht einen guten Job und es ist halt eine, es ist ein, das ist die Feel-Good-Serie aktuell, die man haben kann. Da fühlt man sich gut, da hast du eine gute Zeit, du, ähm, lachst sehr viel, du hast einfach ein Lächeln irgendwie auf den Lippen. Und, das ist halt einfach richtig, richtig schön. Von daher, Ted Wessel Staffel 3 kommt auch. Scheinbar die finale, ähm, Staffel. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Dann kommt, was ich auch nicht wusste, dann kommt Shadow and Bone Staffel 2 auf Netflix. Shadow and Bone ist eine Serie, die, ja, vielleicht gerade ein bisschen schwierig ist, weil, es geht halt um eine Fantasy-Welt, aber die ganze Welt sieht halt sehr nach Russland aus und das macht es halt gerade vielleicht während des Ukraine-Kriegs halt sehr, sehr schwierig. Aber, wenn man das mal ausblendet, wenn man halt einfach wirklich mal sich dieser Fantasy-Welt hingeben möchte, ich persönlich habe die erste Staffel sehr gemocht und, ähm, ich freue mich drauf. Also, ich habe wirklich Bock auf die zweite Staffel von daher, die kommt halt auch auf Netflix. Was auch kommt, ist die auf, ähm, selbst von Frank Schätzing kritisierte Umsetzung seines Buches Der Schwarm und das ist in dem Sinne eine Serie auf, ähm, auf ZDF, die beginnt jetzt auch im März. Da bin ich gespannt. Das Buch habe ich nicht gelesen, ich habe viel Gutes drüber gehört, aber ich weiß, dass die Serie, wie gesagt, sehr, sehr kritisiert wird, dass sie eben auch scheinbar irgendwie überhaupt nicht so richtig den Ton treffen soll. Ich bin gespannt, ähm, wenn es, wenn sie mir zusagen sollte oder wenn es irgendwas gibt, worüber ich reden möchte, werde ich da bestimmt was zu sagen. Aber ja, mal gucken. So. Und es kommt noch eine Serie, was kam noch? Irgendeine Serie kam noch. Aber ja, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau. Und das sind auf jeden Fall die ganz großen jetzt hier. Ganz klar Mandalorian, ganz klar eben, ähm, Ted Lasso und eben Shadow and Bone und eben der Schwarm. Also sprich, der Schwarm weiß man nicht, aber die drei sind auf jeden Fall schon big für mich. Wobei die ersten zwei definitiv wichtiger sind als Shadow and Bone. Ja, von daher, das wird, glaube ich, eine richtig coole Zeit. Ich freue mich da unglaublich drauf. Von daher auch da, was Serien anbelangt, ist einfach der März dann jetzt schon total ausgefüllt. Was kommt noch im März? Ähm, Naja, so langsam, aber sicher geht es ja auch in die Crunch Time bezüglich eben, ähm, Fußball. Das heißt, es geht um die Champions League. Und da bin ich eben vor allem auch gespannt eben auf die ganz, ganz wichtigen Spiele. Das heißt, Paris Saint-Germain im Rückspiel in München. Also Bayern gegen PSG. Da bin ich super gespannt, ob es wirklich Bayern schafft oder ob PSG die Bayern im eigenen Stadion aus dem Stadion schießen wird. Ich könnte es mir persönlich vorstellen. Ich finde, PSG ist definitiv eine verdammte Gefahr. Dann ist auch die Frage, was macht Dortmund in London? Das heißt, Chelsea gegen Dortmund das Rückspiel. Bin ich persönlich auch super gespannt. Und natürlich, dass eigentlich die größte Frage überhaupt, wird es Liverpool gelingen, in Madrid irgendwie ein Wunder hinzubekommen? Kleine, also wirklich keiner glaubt dran. Aber wenn es eine Mannschaft schafft und wenn es ein Trainer in dieser Welt schafft, wenn es die zusammen schaffen, so ein Wunder hinzulegen, ist es Liverpool. Von daher, das sind so die drei großen Fußballspiele, die jetzt eben noch anstehen. Und da freue ich mich halt extrem drauf. Ich weiß nicht, ob ich alle gucken kann, weil, ja, ich habe keinen Dazone, ich habe keinen Sky. Aber, naja, das kommt in dem Sinne auch noch. Bezüglich Serien, bevor ich es vergesse, möchte ich natürlich noch sagen, dass ich gerade The Last of Us schaue. Da habe ich noch keinen Talk zu aufgenommen. Kommt aber, wenn die Staffel rum ist. Wir sind jetzt in der siebten Folge. Ich habe sechs bis jetzt gesehen. Ich habe, ja gut, das kann ich mal von mir aus sagen. Ich habe jetzt am Samstag, da wollte ich eigentlich streamen. Und da habe ich mich aber nicht wirklich so gut gefühlt. Ich war noch ein bisschen angeschlagen wie in der Erkältung, aber einfach auch, ich war mental nicht so gut drauf. Und ich habe dann gedacht, okay, legst dich lieber ins Bett und guckst halt auf dem Handy irgendwie Serie. Und hatte halt Cyberpunk Edge Runners durchgeballert. Wie gesagt, in der 25. Ausgabe haben wir ja drüber gesprochen. Da habe ich es ja schon empfohlen, dem guten, der Mike, dem guten Mike. Und ich bin total begeistert von der Serie. Ich habe dir eine viereinhalb von fünf gegeben. Meiner Meinung nach eine überragend gute An-Mir-Serie, die wirklich eine krasse Message auch irgendwie hat, meiner Meinung nach, die mir unglaublich gut gefallen hat. Und ja, und danach habe ich direkt mit The Last of Us angefangen und war halt so drin und finde die Serie sehr, sehr stark. Habe das Spiel nie gespielt. Kenne aber die Streams, kenne auch YouTube-Bideos und so. Aber ja, ich finde persönlich die Serie sehr gut und ich habe halt, das habt ihr vielleicht schon gehört, Patrick Personal 10, habe halt darüber gesprochen, wie sehr halt es mir wehtut, sowas halt alleine schauen zu müssen. Weil das ist halt so ein Plot, der sowieso schon teilweise sehr, einen sehr mitnimmt. Und wenn du halt noch vor nicht mal einem Jahr das Ganze mit einer wunderschönen Frau zusammengeschaut hast, auch wenn die Serie wie zum Beispiel eben Star Wars Obi-Wan richtig beschissen war, Obi-Wan Kenobi, aber trotzdem, du warst halt nicht alleine, das ist halt so ein bisschen der Unterschied aktuell und da war ich halt mental nicht so gut drauf am Samstag, aber naja, gut, zumindest Last of Us habe ich in dem Sinne halt dann wirklich durchgewincht, die sechs Folgen und bin dann halt, wie gesagt, jetzt aktuell an der siebten Folge dran und eigentlich müsste es nach der neunten Folge auch noch ein Review geben, mal schauen. Mir gefällt auf jeden Fall die Serie sehr gut und aktuell liegt sie bei mir so zwischen vier und viereinhalb und fünf. Also ist schon meiner Meinung nach eine absolute Top-Serie, kann man glaube ich nicht anders sagen. Ja, was kann man sonst noch so sagen, ähm, das war glaube ich alles Wichtige bezüglich März, also wie gesagt, einmal Twitch, einmal Serien und eben einmal Fußball, ich habe bestimmt irgendwas vergessen, ach ja, genau, natürlich, und Gaming natürlich, denn, und jetzt, ach wie kann ich das vergessen, da bin ich schon ein bisschen durch, ähm, direkt mal aufschreiben, hier März, Vorfreude auf den März, genau, ähm, natürlich Gaming, ja, das heißt, ich habe ja gerade schon angesprochen, Lars Epoch, 9. März, geht, ähm, der Patch in dem Sinne live, sprich, das was wir gespielt haben, diese, ähm, ähm, Multiplayer, ähm, Version, die wird dann in dem Sinne halt wirklich dann live umgesetzt, das heißt, das Spiel ist noch nicht komplett draußen, aber es ist halt immer mehr, also dieser, also die Access-Status wird halt irgendwie immer mehr in Richtung Release so langsam gebracht, so fühlt es sich auf jeden Fall an, und das kommt halt dann raus, das heißt, Lars Epoch wird dann halt, ähm, ja, vielleicht von mir bald gedaddelt, live im Stream, natürlich eben auch für YouTube dann im Mitschnitt, aber das Wichtigste wird sein, Diablo 4, so, Diablo 4 Beta, und jetzt kommt ein wichtiger Call für die Leute, die sich dafür interessieren, ich kann sehr wahrscheinlich das eigentliche Open Beta Wochenende nicht streamen, weil ich dann nicht zu Hause sein werde, sehr wahrscheinlich, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, das heißt, ich könnte vielleicht am 26. März noch streamen, aber 24. oder 25. bin ich nicht da, so, und von daher, ähm, fällt mir auf, da fällt der Raid dann aus, aber dann ist es halt so, ich kann es nicht ändern, aber da bin ich auf jeden Fall nicht da, ähm, ja, von daher, das Open Beta Wochenende, wo halt in dem Sinne jeder mitspielen kann, ähm, da bin ich leider nicht da, was ich schade finde, weil da wäre vielleicht bestimmt irgendwas auf Twitch gegangen, dass man irgendwie mal fremde Leute irgendwie kennenlernt und mit denen zusammenspielt oder so, aber, dass, ich sag mal, die Version, die für die Vorbesteller eben in dem Sinne möglich ist, nämlich vom 17. bis zum 19. März, da werde ich richtig reinhusteln, würde jetzt mit Tashi sagen, das heißt, da werde ich ganz viel streamen, werde ich ganz viel für YouTube festhalten und da werde ich natürlich auch viel für meine Coverage in dem Sinne halt dann rausziehen, daraus dann, also da freue ich mich sehr drauf, weil dann kann man endlich mal das selbst spielen, du kannst dir einen Ersteindruck in dem Sinne selbst in dem Sinne aufbauen und da bin ich halt super gespannt, da freue ich mich einfach nur drauf, bin ich ehrlich, da habe ich richtig Bock drauf und ich glaube, dann werden wir schon mehr wissen, wie gut Diablo 4 wirklich werden wird, auch wenn wir nicht alles gesehen haben, aber du wirst halt den ersten Akt spielen können, bis Level 25 und von daher, du kannst ja die ganzen Klassen austesten, das wird einfach, das wird eine gute Zeit, glaube ich, das wird, glaube ich, wirklich, so löd das klingt, ich glaube, das wird eine verdammt gute Zeit und das ist natürlich so, eigentlich wird das Größte neben Mandalorian im März für mich und neben Herz mit März, also das sind die drei ganz großen Dinge, Diablo 4 Beta, Mandalorian Staffel 3 und eben der März mit Herz von Metashi, das sind so die ganz drei großen Dinge und das andere, was ich halt erwähnt habe, finde ich auch persönlich ganz cool, aber na gut, so, das also bezüglich Einleitung, bezüglich Smalltalk, kommen wir mal zur ersten Kategorie, was habe ich zuletzt geschaut, habe ich gerade ja gesagt, ich habe The Last of Us geschaut, also was wurde zuletzt produziert, so heißt ja die Kategorie, ja, dann habe ich ja erzählt, dass ich halt Streams geschaut habe, dass die aber alle todlangweilig waren, von daher, das war es eigentlich, ich habe Cyberpunk Edge Runners beendet, durchgewincht und eben The Last of Us bis zur aktuellen Folge der ersten Staffel eben geschaut, der einzigen Staffel ja bis jetzt, ja, ich gehe mal kurz durch, ob ich sonst noch ein Thema habe, also ich glaube, was ich sonst noch geschaut habe, ich gehe mal ganz kurz durch, ob ich noch irgendwelche Videos habe, über die ich reden möchte, aber das wäre ja nicht bezüglich dann, was wurde zuletzt produziert, habe ich irgendwas geschaut, also da sehe ich nix, ach ja doch, natürlich, und zwar von Preach Gaming, das Video Blizzard CEO destroyed our hopes for a new era, CEO Runes Blizzard, Fragezeichen, ja, das Thema Mike Ibarra und Blizzard, ja, das war schon so das Hauptthema, auch unter Nachdenklichen Discord, da gab es eine gute Diskussion zu, das ist schon ein bisschen heftig, das Ganze, wenn ich ehrlich bin, und da möchte ich definitiv drüber sprechen, das habe ich halt so am Rande schon mal erwähnt, als ich über Diablo 4 gesprochen habe, das tut mir schon echt weh, das Ganze zu sehen, und da reden wir jetzt echt mal drüber, ja, Mike Ibarra, als Mike Ibarra President of Blizzard wurde, hieß es ja so, ab jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung, und wenn ich ehrlich bin, habe ich mir auch sowas selbst gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe gedacht, okay, Mike Ibarra, wenn der an der, also wenn der so das übernimmt, das Ruder übernimmt, dann wird das halt wieder ein bisschen mehr das alte Blizzard, aber spätestens seit ein paar Tagen wissen wir, dass das alte Blizzard de facto wahrscheinlich für immer tot sein wird, für immer, denn das alte Blizzard ist halt definitiv in keinster Weise mit dem zu vergleichen, was da aktuell abgeht, und was da die letzten Monate und Jahre abgingen, und ich muss mich ja wirklich dafür rechtfertigen, sage ich immer wieder, dass ich Diablo 4 halt mag, dass ich mich darauf freue, dass ich dazu Coverage machen möchte, weil ich ja letztendlich irgendwie auch Werbung für Blizzard mache, das heißt, all das, was in Richtung Coverage geht, ist ja nichts anderes als ein, ja, wie soll man es sagen, es ist halt nichts anderes als ein klarer Ausdruck von, ach, ja, ja, es ist, kann man schon so sagen, es ist ja letztlich Werbung für Blizzard, so, oder es kommt zumindest so rüber, und das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr schwierig, also wirklich schwierig, das gefällt mich persönlich überhaupt nicht, hm, als Mike Ibarra Präsident geworden ist, habe ich ja, wie ich gerade schon erläutert habe, gedacht, es wird jetzt, dieses Wetter jetzt besser, weil er früher bei Microsoft war, und wir haben ja jetzt mitbekommen, dass Microsoft ja immer noch diesen großen Deal eigentlich hinbekommen möchte, sprich, Microsoft möchte, ähm, ähm, ach, Idiot, ich hätte doch, äh, ich bin voll Idiot, und, warte mal, kurz überlegen, wie mache ich das jetzt am besten, shit, ähm, ja, ich bin gerade kurz abgelenkt, ähm, Moment, ja, mach mal, was so, ist egal, also, Microsoft Microsoft möchte ja Blizzard Entertainment, wie es jetzt heißt, Activision, Blizzard King offiziell, ja, kaufen, ein Milliardendeal, ein riesiger Deal, und, ähm, ich habe ja schon oft darüber gesprochen, ich bin der Meinung, dass das definitiv etwas ist, was Blizzard helfen wird, und habe halt gedacht, okay, wenn Mike Ibarra damals bei, ähm, bei Microsoft gearbeitet hat, und da auch ein hohes Tier war, dann ist das vielleicht eben auch diesbezüglich eh auch ein gutes Zeichen, aber, das Ding ist halt einfach, so wie das klingt, das Vertrauen in Blizzard ist manchmal komplett zerstört, also wirklich zerstört, denn der gute Preach, den ich ja gerade erläutert habe, deswegen rede ich ja über dieses Video, hat lange Zeit Blizzard boykottiert, man muss es genauso aussprechen, er hat Blizzard boykottiert, er hat über Jahre lang, war er einer der größten Content Creators zu World of Warcraft, und hat dann aber entschieden, gerade als es mit dieser, ähm, Views-Geschichte und so alles rauskam, dass er sich mit diesen Werten, dass dieses Unternehmen die letzten Jahre in dem Sinne scheinbar, im, also in Eigenrein in dem Sinne wohl, ähm, wie soll man das sagen, er, er konnte sich mit der schwierigen Situation bei Blizzard einfach nicht mehr identifizieren, und er hat sich schlecht gefühlt, diesbezüglich, weil ich gesagt habe, dass wenn man dazu Coverage macht, ist es ja letztendlich nichts anderes als Werbung, ja, weil Coverage bedeutet ja, dass du das Spiel oder was auch immer dazu, irgendwie darüber eine Berichterstattung machst, dass du dazu eine Meinung sagst, wie auch immer, und selbst wenn sie kritisch ist, trotzdem, auch kritische Berichterstattung, auch kritische Meinung, bedeutet, dass das Titelbild eben dann oft so aussieht, wie das gefährliche Blizzard oder das schlechte Blizzard, was auch immer, auf jeden Fall steht Blizzard da, und man sagt ja immer wieder so nach dem Motto, naja, wenn halt was scheiße ist in die Richtung, dann soll man dafür halt nicht groß werben, man soll da nicht groß drüber berichten, weil man bietet denen eben dann eine Bühne, und ja, dann kam es halt dazu, dass Preach einfach auch nicht mehr wirklich Bock auf das Game hatte, aber vor allem aufgrund von Blizzard selbst, und dann ist er damals so vor allem wenn es 14 gegangen und hat da wirklich nur noch das gespielt, nur noch das gestreamt und nur noch dazu konnten gemacht, man hat halt wirklich World of Warcraft aufgrund der vor allem auch Gameplay, ähm, Veränderungen über die letzten Jahre in verschiedenen Addons, aber eben auch vor allem wegen den internen Machenschaften, die herausgekommen sind, und dass eben Frauen da, ähm, mindestens eben sexuell belästigt worden sind, teilweise aber eben auch sexuell genötigt worden sind, vielleicht sogar noch schlimmer, auf jeden Fall hat er sich dann lange vom Blizzard distanziert, und dann kam kurz vor Dragonflight, also vom aktuellen Addon, kam dann so ein bisschen für, für ihn die Möglichkeit, dass er allerdings selbst bezahlt hat, diese Reise hat er selbst bezahlt, dass er mal mit den Hauptverantwortlichen von Blizzard bezüglich World of Warcraft sprechen kann, sprich mit Ian, also Ian Hasekostas, aber eben auch mit einigen anderen, und dazu hat er in dem Sinne halt eine Coverage gemacht, also ein paar Videos rausgehauen, und da hast du wirklich das Gefühl gehabt, okay, Blizzard hat verstanden. Er hat aber damals kein Interview mit Mike Ibarra geführt, und da ist er jetzt in dem aktuellen Video darauf eingegangen, dass er gesagt hat, ja, es gab damals eine Anfrage bezüglich Mike Ibarra, aber von dem kam wohl nur eine Absage, so, der hat einfach nicht wirklich reagiert, der hat auf Twitter so ein bisschen so ein, was Lustiges rausgemacht, aber, also mit dem hat er auf jeden Fall nicht gesprochen, und für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, warum ich dieses Thema jetzt anspreche, es geht halt darum, vor allem um drei wichtige Punkte, wenn man so möchte, zum einen, Blizzard hat in diesem Call, also es gibt in dem Sinne, es gab halt einen Call, das heißt, wir haben den Präsidenten, sprich den CEO, also den Chief Executive Officer, also den Hauptgeschäftsführer, der mit allen Entwicklern, also mit allen, nicht Entwicklern, mit allen Beschäftigten von Blizzard Entertainment, eben diesen Call hatte, das heißt, es gab wirklich einen ganz, ganz wichtigen Call, und die Mitarbeiter, so heißt es, man muss natürlich immer vorsichtig sein, aber so heißt es, durften halt nur reagieren, so Emote-mäßig, also so wie im Twitch-Chat, da hast du Emote-Only-Chat, das heißt, die können dann nur ein Emote posten, aber sie dürfen nichts schreiben, und sie können nichts schreiben, und so war das wohl, und dann wurden halt einige Dinge angekündigt, aber zum einen steht dieser gesamte Vorgang sehr unter, oder steht auf jeden Fall, sieht sich an der Kritik, sag ich mal, gegenüber, weil es darum ging, so heißt es, ich sag immer wieder, so heißt es, wir waren nicht dabei, aber so heißt es eben, dass, wenn Fragen gestellt worden sind, bezüglich Mike Ibarra, diese Fragen wohl vorher ausgewählt worden sind, das heißt, er wusste ganz genau, auf was er eingeht, und auf was er nicht eingeht, das heißt, das Miteinander, oder sagen wir mal, das, was ein President, oder ein CEO, vor allem ausdrücken soll, nämlich höchste Professionalität, und auch eine gewisse Empathie, der Belegschaft gegenüber, das hat es wohl nicht wirklich gegeben, der erste heftige Punkt, wie ich finde, der zweite heftige Punkt ist, es wurde angekündigt, das schon sehr bald, nicht nur für Activision und für King, sondern eben auch für Blizzard, die, das Homeoffice in dem Sinne wegfällt, beziehungsweise, dass es nicht mehr nur Homeoffice gibt, das heißt, dieses Remote, das du in dem Sinne halt alles von zu Hause aus machen kannst, in dem Sinne online, das fällt halt jetzt weg, und das stellt eine ganz, ganz große Gefahr für viele, viele Angestellte von Blizzard dar, denn dort, wo Blizzard liegt, nämlich in Irvine, in Kalifornien, sind halt die Mieten alleine so hoch und einfach die gesamten Kosten sind so hoch, dass diese Menschen gar nicht wirklich viel Geld verdienen und dass es denen gar nicht gut geht. Es gibt ja seit Ewigkeiten das Gerücht, dass sogar einige Entwickler, also, sag ich mal, einige Angestellte, wirklich irgendwie im Auto leben oder so oder kein richtiges Haus auf jeden Fall oder keine richtige Wohnung haben, weil sie es nicht leisten können und dass sie vor allem aber deswegen bei Blizzard arbeiten, weil sie sich einfach einen Traum erfüllen wollten, weil sie glücklich darüber sind, so eine Chance bekommen zu haben. Und Blizzard hat wohl lange Zeit in dem Sinne genau diesen Status eben gehabt, dass halt Leute, sag ich mal, unter schwierigen Bedingungen dort leben, dort hinziehen, einfach, wie gesagt, weil sie sich einen selbsten Traum erfüllen wollen. Aber jetzt durch die Corona-Pandemie war es eben so, dass auch viele Angestellte eben jetzt eben bei Blizzard arbeiten, die weit, weit, teilweise sehr weit von Blizzard Entertainment überhaupt weg sind, also von Irvine in Kalifornien. Denn natürlich haben sie hier zugesagt, wenn es heißt, das Ganze läuft auch die nächsten Jahre über Remote. Das heißt, du kannst es von zu Hause aus machen. Sag mal, du wohnst in in New York und du, wenn du zeitlich irgendwie alles hinbekommst in New York City, dann kannst du trotzdem für uns arbeiten. Und da sind die meisten offen ausgegangen, dass es so bleibt. Und auf einmal kam jetzt eben der Call von Mike Ibarra. Ich setze mal, dass es eben von ganz oben von Bobby Kotick aus, also von dem eigentlichen CEO von Activision Blizzard King in dem Sinne kommt, aber whatever. Der hat auf jeden Fall angekündigt, dass es jetzt mindestens dreimal die Woche in dem Sinne der Fall sein muss, dass sie eben ins Büro kommen. Und das stellt natürlich für ganz viele Menschen jetzt bei Blizzard ein extremes Problem dar. Denn, wie gesagt, erstens bezahlen sie sehr viel Geld und leben wirklich in einer ganz, ganz, wie hat es der gute Thalyssen gesagt und Thalyssen Evertil ist auch so ein, wie ich finde, sehr, sehr gutes Video. Da gehe ich jetzt nicht darauf ein, weil es geht vor allem hier um das Video von Preach. Aber auf jeden Fall hat der gesagt, das ist so mit die teuerste oder eine der teuersten Gegenden der Welt dort in Kalifornien. Und das ist halt, das ist schon einfach heftig. Sind wir jetzt mal wirklich ehrlich, ich finde das persönlich sehr, sehr heftig, dass die Angestellten jetzt einfach vielleicht sogar echt mit ihrem Leben strugglen, weil sie einfach nicht wissen, wie sie das hinbekommen sollen. Weil das, was sie halt die letzten Jahre, obwohl die Pandemie so schlimm war, aber das, was sie an Chancen bekommen haben, das fällt jetzt weg. Ganz klar, hat gesagt. Die Chancen sind halt de facto weg. Das heißt, sie können auf dem Blizzard arbeiten, aber es wird ihnen jetzt wieder schlechter gehen. Ja, weil sie halt höhere Kosten haben, weil sie auch immer wieder ins Büro fahren müssen und so weiter und so fort. Und vor allem was ist mit den ganzen Leuten, die von mir aus irgendwie im Service also arbeiten, aber die auch jetzt wohl im Büro sein sollen. Also das gilt nicht nur für hohe Entwickler. Und von daher ist das schon echt ein krasses Ding. Das dritte große Thema ist allerdings, und was ich diesbezüglich fast noch perfider finde, ist, ich habe ja gesagt, dass viele bei Blizzard arbeiten, obwohl sie dort, sag ich mal, branchenübergreifend nicht allzu viel verdienen. Und der Grund ist, warum sie das aber ganz gut alles hinbekommen können in der Vergangenheit, war, weil sie in dem Sinne an dem Umsatz beteiligt waren. Das heißt, wenn es dem Unternehmen an Verstrichen gut geht, wenn der Umsatz stimmt, oder besser gesagt Gewinn orientiert, also Gewinn an dem Gewinn, also nicht Umsatz, sondern Gewinn. Umsatz minus Kosten. Auf jeden Fall, dass sie irgendwie beteiligt daran sind. Das heißt, wenn es gut läuft, dass sie dann eben auch so eine Bonuszahlung bekommen. Aber diese Bonuszahlungen, die sind wohl jetzt definitiv gekürzt worden oder sollen gekürzt werden, was natürlich die finanzielle Situation für viele Angestellte extrem erschwert. Aber was so richtig perfide ist und warum das Thema Mike Ibarra bei mir dann halt wirklich jetzt doch nochmal in diesem Podcast vorkommt, wo ich nicht wusste, ob ich da wirklich drüber sprechen möchte, ist eben, weil es wohl die Aussage von Mike Ibarra selbst gegeben haben soll, sowas wie, ja Leute, wenn ihr glaubt, dass es uns besonders gut geht hier in der oberen Etage, dann, that's a myth, so nach dem Motto, das ist ein Mythos, so. Und das ist halt, sorry, aber das glaubt ihm keiner. Dass ein CEO, sag ich mal, genauso darunter zu leiden hat, wie, ähm, keine Ahnung, wie ein normaler kleiner Angestellter, das glaubt ihr doch einfach keiner. Sorry, also das glaubt ihr kein Mensch. Also das glaubt ihr einfach kein Mensch, sowas. Kein Mensch glaubt ihr das. Das ist einfach kompletter Bullshit, meiner Meinung nach. Und das zeigt einfach, dass diese Empathie, die wir ja irgendwie so ein bisschen vielleicht auch erwartet haben in letzter Zeit, ähm, dass es diese Empathie nicht mehr gibt. Oder dass es die vielleicht noch nie gab. Dass Mike Ibarra vielleicht irgendwie der Community gegenüber so ein bisschen wie so ein Gamer rüberkommt, weil es ja auch heißt, er spielt selbst und er macht dann, äh, Massive Plus, also so den Fünfer-Content, da ist er ganz gut dabei und spielt da richtig hoch mit und so. Das heißt, so nach dem Motto, er ist einer von uns, nein, so wie es aussieht und die meisten, ähm, ja, die meisten Hinweise gibt es jetzt hier wirklich eben in dem Falle, er ist eben keiner von uns oder von den Angestellten, sondern es ist fucking nochmal ein CEO. Und es ist halt einfach einer, der letztlich genau das macht, was halt immer wieder auch bezüglich Bobby Kotick so kritisiert worden ist. also, sind wir mal ehrlich, scheinbar scheint Mike Ibarra nicht so die Verbesserung zu sein, wie wir uns das erhofft haben. Das heißt, das Neue, das verbesserte Blizzard, so, das scheint dann ja wohl doch nicht so ganz vorzuherrschen, wie wir uns das gleich vorgestellt haben. Und das persönlich tut nicht nur mir weh, sondern es tut eben auch Mike weh, Mike Preach, weil er sagt ihm ganz klar, dass in diesem Video, also als er eben Irvine, also das Hauptquartier, besucht hat, da hat er denen ja so eine Art Vertrauensvorschuss letztlich gewährt. Und so etwas zeigt letztlich einfach, dass es vielleicht noch zu viel zu früh war, zu sagen, dass sich wirklich etwas verändert hat. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass eigentlich, als es zu dieser Veränderung kam, kommen sollte, also als es zu der Veränderung kam, bezüglich Blizzard, war es so, dass ja auch eine Frau, die, ich sag mal, zweite große Geschäftsführerin sein sollte. Aber die hat sehr schnell gekündigt, weil es hieß, dass sie in dem Sinne nicht gleich bezahlt worden ist. Also Equal Pay gab es da wohl nicht. Ja, dass also Mike Ibarra mehr als sie bekommen, hat. Und dass es hier vor allem nicht um sie alleine geht, sondern einfach ums Allgemeine, dass halt Blizzard scheinbar nichts dazugelernt hat. Und jetzt wissen wir, finde ich, noch mehr, dass halt dies so ist. Und von daher, wenn ich über Diablo 4 in nächster Zeit berichte, oder über Blizzard, whatever, bitte, 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 denkt darüber nach, ich versuche auch vielleicht immer einen Disclaimer noch mal kurz reinzubringen, vor jedem Video oder so, in Zukunft, dass das, was immer, oder was oft propagiert ist, nicht immer die Wahrheit ist. Es muss nicht immer der Wahrheit entsprechen, sind wir ehrlich. Von daher, die Welt kann dann leider doch anders aussehen, als wir uns das gleich vorstellen. Und das ist halt schon einfach schade, wie ich finde. Also es hat mir schon echt zu denken gegeben, dass ich gedacht habe, okay, auch du, sage ich mal, gibst ja Mike Ibarra und seinen Blizzard-Leuten halt irgendeinen, naja, wie soll man es sagen, du machst so ein bisschen Werbung dafür, du unterstützt sie, du machst genau das, was halt eben auch kritisierbar ist, nämlich du bietest denen eben eine Fläche. Und wenn es nur im Kleinen ist, aber auch im ganz, ganz Kleinen, aber selbst wenn es nur ein Zuschauer mehr ist, der durch mich auf das Spiel aufmerksam wird, ist es halt ein Spieler mehr, ein potenzieller. Und damit erfülle ich genau das, was Blizzard von mir haben möchte, ich beschere den Leuten Spieler und Spielerinnen und divers. Und das ist halt einfach so, so ein schwieriges Gefühl und deswegen habe ich schon oft darüber gesprochen, dass ich sehr, sehr lange ein extremes Problem damit hatte, gerade als es eben rauskam mit diesen ganzen sehr, sehr schwierigen, wirklich sehr, sehr schwierigen Thematiken oder Themen bezüglich Blizzard damals. Ja, auch hier auch die Hongkong-Geschichte, man erinnert sich. Also Blizzard hat hier wirklich die letzten Jahre so viel Blödsinn da irgendwie abgeliefert, im Kleinen und im ganz Großen, ich finde. Und von daher ist es schon echt heftig zu sehen, dass sich da scheinbar auch jetzt nicht wirklich so viel getan hat in letzter Zeit. von daher ja, das Thema Mike Ibarra, das hat mich die letzte Zeit beschäftigt und von daher hier in das wurde zuletzt produziert hier der Hinweis. Jetzt schaue ich noch bezüglich des Themas ähm 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 Moment ähm ich schaue mal ganz kurz was nach im Moment hier genau in die Glut getaucht was haben wir noch so wurde uns was gepostet ich schaue mal kurz das Discord durch ja das ist mir aber nicht interessant euch nicht so reden das Evok hatten wir schon ähm Diablo hatten wir auch das hatten wir auch nachdenklich hatten wir gut auf die Hexenjagd jetzt bezüglich JK Rowling da gehe ich nicht drauf ein das brauche ich jetzt nicht mehr ähm über Cyberpunk habe ich gesprochen Star Wars habe ich besprochen also worauf ich mich freue und so ähm warte mal da war noch was irgendwas war dann noch ja ein Thema habe ich noch das Thema ähm ist jetzt ein bisschen anders das hätte ich eigentlich in die Einleitung packen sollen das ist jetzt nicht wirklich in die Glut getaucht warte mal wie kann ich das erläutern das passt genau mach mal so also es geht um das Video was ich noch nicht geschaut muss ich dazu sagen aber ähm habe ich noch nicht geschaut aber man kann trotzdem darüber sprechen und zwar geht es über das Video bei Filme, Serien und Discord wird ChatGPT bald Filme schreiben drehen und analysieren so und dieses Video möchte ich als Anlass nehmen für etwas was ich ansprechen wollte dass ich ja ein das habe ich ja gesagt als ich vor letzter Woche warte mal letzte Woche ja als ich letzte Woche krank war und im Bett lag habe ich ja gesagt dass ich ja trotzdem was gemacht habe das heißt ich behaupte dass ich gerade bezüglich meines Contents versuche immer noch kreativ zu bleiben und auch diese Kreativität beizubehalten und was ich immer so interessant finde ist ja wirklich dass dieses ChatGPT und so oder diese ganze AI-Geschichte dass die ja wirklich halt so eine Art Muse darstellen können im Hinblick auf Kreativität so ich sag jetzt nicht dass ich wirklich vorhabe sowas zu machen aber ich finde es super interessant dass wenn man mal darüber nachdenken würde also ich meine das ist jetzt wirklich ein Hirngespinst und so aber wenn ich mal die Zeit hätte in diesem Jahr wirklich mal die Zeit hätte wirklich mal ein paar Monate so würde ich darüber nachdenken vielleicht so ein eigenes Buch zu schreiben oder zumindest mal es mal auszutesten weil ich liebe schreiben und ich schreibe sehr sehr wenig also kreatives wie ich finde aber ich schreibe sehr gerne Kolumnen halt und meinungsbezogene Texte und so und ich glaube ich hätte wirklich etwas worüber ich schreiben würde und da wäre natürlich die Frage dass wenn ich sowas machen wollen würde ich meine es ist sehr sehr unrealistisch dass ich die Zeit dafür finde aber ist egal wenn ich etwas machen wollen würde wir sagen jetzt einfach mal von mir aus ich schreibe ein Buch darüber über meine Content Creation was meine Content Creation für mein Leben bedeutet so in die Richtung also so ein bisschen in Richtung Deep Talk dann würde ich ja nicht genau wissen wie das abläuft und ich glaube ich würde dann auch mal versuchen so eine Art AI zu nutzen um ein Meinungsbild zu bekommen Ideen zu bekommen sowas wie Brainstorming sind die Richtung und ich finde das persönlich sehr sehr interessant weil das ist etwas was uns in der Zukunft definitiv helfen kann ja weil das Ganze ist doch nur der Anfang und es kann halt mal so werden dass halt wirklich die AIs so gut werden die Artificial Intelligence Programme und so dass die halt wirklich da ist ja die Frage steht ja eben im Titel des Videos können die bald sogar vielleicht sogar Filme und Serien irgendwie so drehbuchmäßig schreiben und das würde ich nicht mal mehr verneinen wenn ich ehrlich bin und das finde ich persönlich super interessant von daher im Hinblick auf Kreativität finde ich es super interessant ob man da in Zukunft vielleicht sogar auf sowas zugreifen wird oder zurückgreifen wird und ob das vor allem auch im Gaming Sektor irgendwann vielleicht sogar eine Rolle spielt weil ich habe den Podcast gehört den ich sehr lange Zeit nicht mehr gehört habe aber wie gesagt ich war halt im Bett und war nicht so gut dran und hatte halt ein bisschen die Zeit und da haben die beim Herrenspielzimmer also Steve Stavino Krömer zusammen mit den beiden Saschas das eine ist der Anclays der ist auch Anclays E-N-C-L-A-S-E auf Twitch streamt vor allem Hearthstone und solche Spiele halt ist halt ein absoluter Pro-Gamer was das anbelangt auf jeden Fall und da haben die ein bisschen drüber gesprochen und ja und da hieß es halt so in die Richtung naja aber wird es denn irgendwann mal ein MMO oder MOPG geben also sprich gibt es irgendwann mal in der Zukunft die Möglichkeit dass ein eine AI ein Spiel entwickelt das heißt das was wir uns aktuell nicht vorstellen können weil es in dem Sinne ja menschlich abhängig ist von der menschlichen Fähigkeit ja also einfach Menschen schaffen sowas gleich einfach nicht dass eine AI vielleicht sogar wichtiger oder fortschrittlicher ist als überhaupt die Menschen die es halt entwickelt haben es geht es geht so ein bisschen in die Richtung von Terminator 2 wenn wir ehrlich sind das war natürlich jetzt im schlechten aber so ein bisschen in diese Richtung geht es und diese Idee finde ich super interessant also dass halt wirklich die Kreativität bald durch die AI vielleicht dann wirklich irgendwann auf ein neues Level gebracht wird und als ich mir das so ein bisschen irgendwie durchgelesen habe oder nicht ja aber zumindest irgendwie so ein bisschen verfolgt haben in letzter Zeit dieses Thema ist mir auch bewusst geworden dass ich das vielleicht wirklich auch mal nutzen werde in diesem Jahr das heißt wenn ich mir ich habe ja zum Beispiel lange Zeit darüber nachgedacht wie kann der Titel für meinen Diablo 4 Coverage laufen lauten wie können die Katharinen lauten und so und das mache ich ja vor allem halt über dass ich selbst darüber nachdenke oder dass ich andere frage ob sie vielleicht Tipps oder so haben oder ob denen was einfällt aber vielleicht ist wirklich die Zukunft so blöd es klingt dass wir nicht andere in unserem Umkreis fragen sondern dass wir wirklich etwas nehmen was ja komplett neutral ist nämlich so eben eine AI so ein ChatGPT so in die Richtung und das finde ich persönlich super interessant und diesbezüglich muss ich auch sagen weil ich es halt so interessant finde habe ich auch meinen Discord Server schon wieder ein bisschen abgeändert dass ich halt mehr Kathrin hinzugefügt habe zum Beispiel gibt es eine Ecke jetzt die heißt Kreativität oder zum Beispiel der gute Moritz hat eine Kategorie hinzugefügt also ein Channel unter Community das ist ja Mitglieder heißt es ja jetzt da geht es halt um Kochen das heißt dass der Discord Server wird auch immer mehr in Richtung auch sag ich mal Kreativität ausgelegt sein das heißt immer dann wenn ich irgendwelche coolen Ideen habe dann versuche ich das in dem Sinne direkt auf dem Discord Server eben auch dann umzusetzen das heißt dann gibt es dazu einen Channel oder keine Ahnung irgendwie eine Umfrage was auch immer und ich bin wirklich mal gespannt ob ich in diesem Jahr vielleicht da mal drauf zurückgreifen werde weil wer weiß was mit Diablo 4 noch kommt wer weiß wie das sich alles entwickelt und vielleicht kommt dann ja die Frage auch nach dem Motto ich weiß grad nicht weiter und werde vielleicht dann diesbezüglich eben hier mal nachfragen und bekomme dann vielleicht auch eine wirklich vielleicht sogar eine harsche Antwort wirklich eine sehr sehr kritische Antwort aber ja vielleicht bringt es mir wirklich was ich finde das super interessant diese Vorstellung dass wir uns halt wirklich sag ich mal dass die AI dass so eine künstliche Intelligenz vielleicht sogar bald so eine Art Muse werden könnte finde ich super super interessant das Thema und ich glaube das ist erst der Anfang ich glaube das wird die nächsten Jahre noch richtig krass werden und von daher ja Thema Kreativität Thema wie man kreativ oder wie man seine Kreativität in dem Sinne so ein bisschen untermalen kann wie man sich Hilfe holen kann ich glaube da bleibt dieses Thema oder wird dieses Thema halt immer größer werden ja und damit sind wir durch ich finde ich habe viele Themen angesprochen das werde ich mal ganz kurz nochmal aufschreiben dann vergesse ich es nämlich das heißt unter das wurde zuletzt produziert hatten wir ähm Thema Moment da das wurde zuletzt produziert nein was wurde zuletzt produziert so heißt es ja und produziert ein Zeichen dagegen ist oben Blizzard und Mike Ibarra und dann hatten wir das Thema oder hatte ich gerade das Thema unter Indie Glut getaucht bezüglich AI und Kreativität so haben wir ja also sonst wäre es das eigentlich ähm zum Abschluss möchte ich sagen ich fand den Podcast also am Anfang muss ich wirklich sagen ich wusste nicht genau worüber ich reden möchte aber ich finde sind interessante Themen aufgekommen gerade das mit Blizzard nochmal so anzusprechen dann natürlich die Vorfreude auf den März aber eben auch nochmal anzusprechen dass es mir eben auch mental nicht so gut ging ähm am Samstag dass ich also weiterhin auch diese Momente habe wie im letzten Jahr dass man dann halt einfach merkt irgendwie es ist jetzt gerade falsch zu streamen es ist falsch jetzt irgendwie so den Clown zu spielen sondern du musst jetzt gerade einfach ein bisschen mal auf dich schauen und wenn du dich gerade nicht so fühlst dann tu dir nicht den Zwang an und versuch dich in dem Sinne irgendwie mit dem Stream abzulenken oder so oder lauf oder so in die Richtung wie ich es auch gesagt habe in Quatschwerk Personal was mal ein sehr guter Talk geworden ist aber eben auch sehr sehr schwieriger Talk ähm naja dass man halt nicht davor weglaufen soll dass man auch mal sich der sich der Einsamkeit hingeben soll auch einfach um zu wissen was man halt vor allem vermisst und was man vielleicht eben auch wieder haben möchte so in die Richtung ja von daher auch das ähm fand ich persönlich sehr wichtig darüber zu reden von daher sehr interessante Themen die ich finde in dieser Ausgabe wieder rauszukommen ähm ja ich will halt dass es nicht zu viel Diablo 4 wird dafür habe ich eine eigene Coverage aber sind wir ehrlich also ich meine das wird das Hauptthema in die nächste Zeit sein also sind wir ehrlich das ist halt gaming wise gibt es für mich einfach nicht viel anderes wenn ich ehrlich bin also das ist halt das große Thema und keine Ahnung ähm zum Ende hin möchte ich noch was ansprechen was ich so eben so zwischen den Zeilen so ein bisschen angesprochen habe ich habe ja gesagt ich habe ja am Anfang von der Rente gesprochen so die haben wir vier und dann gehe ich in die Rente so in Anführungsstrichen und da hat gestern einer meiner damaligen Gildenkollegen den ich auch schon längere Zeit kenne und so der gute Chris vielleicht kennt ihr ihn Popcat Poplog und so er hat was so ein bisschen spaßmäßig auch bei Becky in den Chat geschrieben was was mich zum Nachdenken gebracht hat und zwar hat er geschrieben er war jetzt ein bis zwei Jahre komplett irgendwas im Gaming raus und jedes Mal wenn er wiederkommt weiß er Tobi hat ein neues Konzept oder neue Gilde oder so neues Projekt in WoW gestartet und mir ist bewusst geworden das ist wirklich so weil ich sowas schon wirklich des Öfteren gemacht habe aber die Frage ist halt ob ich so etwas wenn sage ich mal die Classic Geschichte kaputt geht ob ich sowas wirklich nochmal machen werde und ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr wenn ich sage dass Diablo 4 mein letztes großes Ding werden soll weil Edges of Creation wahrscheinlich noch zu lange dauert und Throne of Liberty weiß ich nicht ob das wirklich so meins sein kann aber sagen wir wirklich wenn es nur Diablo 4 geben sollte ja dann ist eben auch die Frage wie ich es schon mal gesagt habe heute was fällt dann halt weg fällt der Content komplett weg höre ich dann wirklich auf mit Content Creation mache ich nur noch Podcasts gehe ich gar nicht mehr in Richtung Gaming mache ich vielleicht nur noch Filme Serien ein bisschen oder so ich weiß es nicht persönlich ich weiß es wirklich nicht aber ich sage dass dieses Jahr für mich wirklich so eine Art nicht nur privat und beruflich sondern eben auch Content Creation wise das ist halt das Make it or Break it Jahr bin ich ehrlich also ich habe gesagt dazu stehe ich dass ich im letzten Jahr Ende letzten Jahres damit zufrieden war wie es gelaufen ist aber in diesem Jahr wenn ich bei Diablo 4 sage ich mal zwei, drei Zuschauer habe dann bin ich damit absolut nicht zufrieden dann reicht mir das nicht aus ja weil das was ich da an Zeit jetzt reinstecke die nächsten Tage Wochen, Monate das hat zweimal verdient dass es definitiv weitaus erfolgreicher läuft als noch sag ich mal im letzten Jahr und von daher das ist halt für mich das Make it or Break it Jahr genauso wie eben auch die Geschichte wie sieht es mit dem Podcast aus mit dem iTunes und Spotify Upload habe ich auch heute angesprochen also so wie das klingt ich weiß nicht ob das wirklich vielleicht dann das Ende darstellt oder dass ich zumindest dann extrem runterfahre und so ich weiß doch nicht wie sehr mich halt WoW noch wirklich begeistern wird ja also ich meine das können wir jetzt oder kann ich zum Abschluss nochmal sagen nach Russell Lichking soll ja Cataclysm wahrscheinlich auch als Classic Version kommen ich kann mich immer mehr mit dem Gedanken anfreuen aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht also Dragonflight ich finde das enorm gut aber selbst glaube ich wenn ich raiden wollen würde ich weiß nicht ob mich das alles nochmal so begeistern kann ich weiß es wirklich nicht ich weiß halt nur dass die Hauptmotivation kommt halt dadurch dass ich mit Leuten zu tun haben möchte und dass ich sie versuche in meinen Content einzubinden wirklich dass sie Teil meines Contents werden und dass ich das vor allem halt auch wenn mir das nicht immer jemand also ich weiß nicht ob mir das immer jemand abkauft oder ob man vielleicht der der eine andere sagt nach dem Motto das ist halt irgendwie nur so ein bisschen bla bla damit ich Leute zusammenbekommen und meinen Krampf machen jetzt meine ich ernst dass gestern das gestern beziehungsweise wir haben jetzt schon Mittwoch äh Dienstag wollte ich sagen wir haben schon Dienstagnacht jetzt also wir sind jetzt in der Nacht vom Montag auf Dienstag so ähm aber das gestern mit meinen Mods zusammen zu zocken denen mal eine Freude zu bereiten und so das hat so viel Spaß gemacht es war mir in dem Sinn fast egal was wir gespielt haben es hat einfach Spaß gemacht und das ist halt das Haupt und wenn ich merke dass halt ich mir den Arsch aufreiße diesem Jahr und es wirklich ich wirklich so viel versuche und ich halt in Anführungsstrichen wirklich scheitern scheitern sollte ja dann weiß ich nicht ob ich das wirklich noch machen möchte also dann vielleicht noch Podcasts und wirklich vielleicht zwei Streams die Woche aber ob es dann nochmal so eine Art YouTube Coverage geben würde oder halt wirklich sag ich mal nochmal was Größtes auch in Richtung vielleicht Texte schreiben und so ich weiß es nicht ich weiß nur ich bin ein kreativer Mensch und mir ist wieder bewusst geworden als ich so ein bisschen mir nachträglich in der Retrospektive mir angeschaut was waren die letzten Jahre denn so auf YouTube los was habe ich auf Twitch gemacht und so wie war mein Discord Server was habe ich für Podcast aufgenommen und so ich kann sagen ich stehe dazu zu ich sag mal 80% meines Contents stehe ich und bin damit zufrieden 20% von mir aus auch 30% also sprich zu 70% bin ich damit zufrieden zu 30% vielleicht nicht oder sagen wir von mir aus zu 60% zufrieden zu 40% nicht whatever aber mein Ziel ist halt immer dass wenn ich so eine Coverage mache dass ich dann wirklich auch im Nachhinein ein paar Jahre später noch sagen kann ey das war eine geile Zeit da hast du den Arsch aufgerissen und es hat einfach Spaß gemacht egal wie erfolgreich es war oder nicht aber sind wir ehrlich so wenig Zeit wie ich habe gerade unter der Woche dass ich jetzt einen Podcast hier unter der Woche aufnehme mitten in der Nacht so in die Richtung das zeigt halt einfach es ist mir wichtig dieser Scheiß ist mir wichtig das ist mir wirklich verdammt nochmal wichtig das ist kein Blabla es ist mir wichtig und ich freue mich da halt drüber aber ich sage halt auch dass nur Concretion und nur Hobby also nur Arbeit nur Concretion ohne RL so zum Großteil kann es auch nicht sein das kann es nicht sein also natürlich möchte ich dann bald wieder mit dem 49 Euro Ticket irgendwie wieder reisen und keine Ahnung wieder Leute kennenlerne whatever und hoffentlich wieder in einer Beziehung sein natürlich das ist völlig klar also in diesem Jahr das ist so ein krasses Jahr das fängt mich bis jetzt sehr sehr gut an ich weiß nicht wo ich arbeiten werde ich weiß nicht wo ich wohnen werde ich weiß das alles nicht und ich weiß ehrlich gesagt nicht ob Ende des Jahres dann nicht vielleicht sogar Ende ist dass ich dann sage sorry aber die Zeit ich investiere in der Form möchte ich sie nicht mehr streamen von mir aus noch Podcast von mir aus noch spontan aber nicht mehr jede Woche man wird es einfach sehen der Stevino Steve Stevino Krömer sagt seit Jahren so nach dem Motto ja aber er macht bald Schluss so und er hat jetzt seinen Content extrem verringert er macht noch einen Stream die Woche und nimmt noch Podcast auf und sonst schreibt er fast nichts mehr auf dem Blog so und ich glaube das kann auch bei mir halt der Fall werden dass ich halt wirklich wenn ich weitermache auch im nächsten Jahr und vielleicht sogar darüber hinaus dass ich dann wirklich wieder also dass das Ganze einfach nur noch wenig ist oder weniger weil wenn ich mir anschaue wie wenig aktuell ich gespielt habe die letzte Zeit also wirklich gespielt habe und nicht irgendwie an Content gemacht habe sondern wirklich gezockt habe das ist so wenig und das ist also wenn es mit Diablo 4 nochmal wirklich so sag ich mal so eine Nerdphase geben sollte dann werde ich sie genießen aber ich glaube dann ist es die letzte große Nerdphase ich glaube sowas in der Form wird es einfach nicht mehr geben und dass ich jetzt hier schon mir Gedanken mache wie kann der Diablo 4 Release werden was kann man da irgendwie auch an an coolen weiß ich nicht Giveaways machen oder whatever was kann ich mir ausdenken und auch die ganze Frage bezüglich Community Content für Diablo 4 und so ich sage es wie es ist ich meine es wirklich fucking ernst wenn Diablo 4 nicht das Spiel ist womit ich in einem Verstrich ein bisschen größer werden kann und womit ich halt meine Reichweite vergrößern kann dass ich mehr Leute kennenlerne welches Game soll es dann sein dann sehe ich keins mehr es ist halt für mich Diablo 4 und wenn diese Coverage jetzt fast ein halbes Jahr so läuft und es ist halt zu unerfolgreich fände ich das persönlich echt schade weil es ist halt verdammt viel Zeit und Aufwand die ich da investieren werde und in der wenn ich ja jetzt drüber nachdenke da müsste ich eigentlich jetzt schon gleich noch den Talk aufnehmen aber das wird mir jetzt echt zu spät heute nicht mehr ich glaube das werde ich versuchen jetzt vielleicht morgen übermorgen aufzunehmen aber es soll eigentlich diese Woche soll noch mindestens also ja also wenn ich ehrlich bin möchte ich bis zu drei ja noch vier Coverage Videos diese Woche aufnehmen also bis zur Beta bis Mitte 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 ja Mitte Ende März möchte ich einige Videos schon raushauen und dann soll natürlich durch die Beta halt die ganze Gameplay Kram und so kommen aber naja wir werden es sehen also wie gesagt ich bin da wir sind jetzt glaube ich über eine Stunde 30 drüber ja ein bisschen drüber von daher werde ich jetzt auch Schluss machen ich sage einfach nur ich habe Bock auf den ganzen Scheiß und ich hoffe einfach dass ihr mitziehen werdet ich hoffe es so krass und ich weiß nicht also ich glaube ich war die letzten Jahre bezüglich Koncration nicht mehr so motiviert wie dieses Jahr also wirklich das meine ich ernst meine Gilde und so und Projekte in WoW oder so das hat es immer gegeben und ich habe das immer so ein bisschen mit meinem Kon halt verbunden dass ich zum Beispiel damals im TBC Classic dass ich da in dem auch dann Talk so aufgenommen habe aber dass ich halt wirklich so krass jetzt versuche mit Jablon 4 halt durchzustarten ey das hat es wirklich ich glaube seit Wilson hat es das nicht mehr gegeben in der Form also es hat es von mir aus kann man auch so sagen Final Fantasy 14 so ein bisschen die Richtung aber das war ja nur möglich weil ich zu der Zeit eben diese Fußverletzung hatte und deswegen einfach nur einen Job hatte und dadurch war halt einfach viel mehr mit Streamen möglich und so und das war eine ganz andere eine ganz andere Chance die sich da eben gezeigt hat und ja eine Sache möchte ich noch ansprechen da habe ich jetzt auch schon drüber nachgedacht ich meine das ist totales Wunschdenken aber ihr wisst ja ich habe ja einen zweiten Job im Versicherungswesen mache ich Assistenz und naja ich gehe jetzt nicht direkt aus ein wie viel ich damit verdiene aber ich verdiene damit ganz okay sag ich mal für die Stunden die ich mache also ich finde ist das ein wirklich guter Verdienst 15 Stunden die Woche und trotzdem verdiene ich da meiner Meinung nach nun wirklich ein ordentliches Gehalt und meine Idee war trotzdem schon mal was ist eigentlich wenn du diesen Job aufgeben könntest und deine Concretion würde genauso viel Geld reinbringen so reinspielen klar es wäre natürlich dann nicht Versicherungspflicht das weiß ich aber wenn das möglich wäre würde ich das machen wollen da habe ich schon mehr drüber nachgedacht weil es gab halt damals immer diesen Meme von Derrick so nach dem Motto Tobi werde Fulltime Streamer und ich bezahle dich dafür bezahle dir irgendwie pro Monat keine Ahnung 500 Euro oder so und du machst dann Fulltime Streamer so das waren halt alles nur so Späße aber was wäre eigentlich wenn da habe ich wirklich mal drüber nachgedacht finde ich super interessant die Idee was wäre wenn wenn ich sag ich mal jetzt wirklich zwei Jobs weiter behalten würde in Zukunft was aber auch nicht sicher ist weil wir sind das nicht sicher in diesem Jahr was wäre wenn mir jemand oder sag mal es würde ein Sponsor auf mich zukommen und sagen hier ich bezahle dir so viel wie du gerade mit dem Job verdienst würde ich das machen wollen würde ich wirklich sag ich mal Concretion vielleicht sogar als Beruf ansehen wollen ich weiß es ehrlich gesagt nicht aber ich finde die Idee einfach super interessant irgendwie was wäre wenn mir jemand das Geld zahlen würde was ich für den Job gerade einnehme würde ich das machen ich glaube ja ich glaube ja ich glaube ich würde es machen ich glaube wenn der Aufwand so viel wäre wie für den zweiten Job aktuell sprich 15 Stunden die Woche ungefähr und ich würde genauso viel Geld bekommen und ich würde dafür dann halt dann ich sag mal abends meinen Kram machen das heißt streamen und dann eben noch YouTube Kram und so machen das heißt so also das ist halt ein Hirngespinst ich weiß ich weiß auch nicht worauf ich da komme und eigentlich müsste ich da mal einen Special Podcast machen aber ich finde einfach die Idee super interessant was wäre wenn mir jemand sagen würde ich bezahle dir das und du machst das eben dann so als Nebenjob so wie es eben Stavino gemacht hat vielleicht bin ich gar nicht durch das Thema Stavino drauf gekommen weil der hat das ja lange Zeit gemacht der ist eben Lehrer und sein sein Zweitjob ist eben Con-Creator gewesen oder mal gucken wie lange noch aber also YouTube Twitch und Blog so und dadurch hat er durch Sponsoren und so wirklich teilweise Zeit wirklich über Jahre richtig gut Geld verdient richtig gut ob das halt immer moralisch vertretbar war gerade bei WoW irgendwie so eine so ein China Pharma so eine Seite ist immer die Frage natürlich aber die Frage muss erlaubt sein die Frage muss absolut erlaubt sein oder auch zum Beispiel bezüglich Metashi jetzt habe ich ja heute schon im Großen angesprochen bezüglich Metashi die hat jetzt ein Angebot bekommen so nach dem Motto wenn ihr auf dieser neuen Streaming Plattform wie heißt sie wieder den Namen schon wieder vergessen irgendwie streamt nicht Twitch sondern irgendeine andere und die versuchen gerade einfach durch ganz viel Geld Leute irgendwie an sich zu reißen also große Streamer und so was wäre wenn so eine Streaming Plattform auf mich zukommen würde und würde sagen ich zahle dir pro pro Monat 2000 Euro oder so oder 1000 Euro oder whatever oder keine Ahnung von mir ist nur 500 Euro das ist das ganz große Ding was wäre wenn ich meine Content Creation also das was ich hobbymäßig so betreibe was mir aber unglaublich viel Spaß macht das heißt was wäre wenn mir jemand für den Kram den ich mache wirklich Geld bezahlt im Moment geht es darum dass ich das refinanzieren möchte und wir sprechen halt von einem monatlich sag ich mal monatlichen Kosten von maximal 50-60 Euro was ich immer noch viel finde aber was ich jetzt halt absolut noch theoretisch über Subs und so wenn es gut laufen würde ich habe jetzt auch angefangen halt auch Donation Goal reinzupacken Sub-Goal und Follower-Goal und so um die Leute so ein bisschen auch aufzuwecken und zu sagen Leute ich versuche mich wirklich dieses Jahr für euch hier irgendwie hinzusetzen wirklich Kram rauszuballern ohne Ende von daher Refinanzierung wäre schon ganz nett so in die Richtung was wäre wirklich wenn da jemand sagen würde ich bezahle dir das halt also nicht nur Refinanzierung sondern wirklich du könntest das als zumindest Zweitjob gut machen ich glaube ich würde das echt machen ich glaube ich würde es wirklich machen weil ich glaube ich würde versuchen das Ganze viel professioneller aufzubauen würde mir versuchen vielleicht Assistenten irgendwie dazu zu holen die ich da auch bezahle und so und ich glaube halt ich würde versuchen so vier bis fünf Mal die Woche zu streamen und sonst halt einfach irgendwie den ganzen Kram auf YouTube und TikTok und so und Social Media ich glaube ich würde das versuchen alles in ganz anderen Umfang hinzubekommen mit noch ganz anderen Mitteln vor allem finanziellen Mitteln man kann ja auch zum Beispiel sehr gut irgendwie ja auch Geld ausgeben um halt bei Google besser gefunden zu werden und so und bei TikTok kannst du ins Partnerprogramm bei gut Twitter will ich eigentlich eh von weg aber ihr wisst wie es meine also ich weiß nicht warum ich darauf komme vielleicht vielleicht packen wir das Ganze nochmal einfach nicht unter Schlussfolgerung sondern einfach immer noch Kreativität hier also bezüglich in die Glut getaucht weil es geht ja in diese Richtung Kreativität und Chat GPT ich habe ja auch gesagt irgendwie würde ich vielleicht ein Buch schreiben und so was eigentlich wenn mir jemand halt Geld dafür gibt dass ich das machen kann was meine Hobbys sind was ich liebe dass ich das halt also im ich sag mal professionellen Rahmen betreiben könnte fände ich super interessant ich glaube ich werde da mal nochmal einen Talk nochmal einen Special Talk so aufnehmen weil die Frage die habe ich mir schon seit Jahren gestellt was eigentlich wenn du von jetzt auf gleich und gerade jetzt bezüglich Diablo 4 ist mir das halt bewusst geworden was wenn du von jetzt auf gleich durch Diablo 4 einfach bekannt wirst also richtig bekannt wirst und richtig groß wirst also nicht mehr 10 Zuschauer hast sondern irgendwie von mal 50 Zuschauer also das 5-fache davon oder so oder noch mehr was wäre dann oder wenn du auf einmal 100 Zuschauer hättest wenn es vielleicht sogar die Möglichkeit geben würde in Richtung Partnerprogramm bei Twitch zu kommen und so ich meine das ist natürlich alles das ist ein Hirngespinst aber wie sehr hätte ich da Bock drauf und ich glaube ich hätte da ultra Bock drauf ich meine es wirklich ernst ich glaube im sozialen Bereich zu arbeiten und dann irgendwie noch den Kram nebenbei machen zu können und dadurch dann richtig gut Geld verdienen zu können ich glaube also ich glaube ich würde das wirklich machen ich glaube wenn ich so viel Geld verdienen würde wie ich im Moment ich einen zweiten Job verdiene ich glaube ich würde es machen ich glaube ich würde es wirklich machen und ich glaube ich hätte da richtig Bock drauf natürlich ist es was anderes weil es dann halt nicht mehr Hobby ist sondern eben Beruf und natürlich musst du dann auch andere Wege und so begehen Wege begehen das hört sich falsch an Wege einschlagen aber so what vielleicht wäre genau das das Richtige weil sind wir ehrlich ich bin ein kreativer Mensch und ich höre immer wieder auch dass ich halt ganz gut schreiben kann und so und keine Ahnung das müssen andere beurteilen ob die Podcasts ob die auch von Kreativität irgendwie strömen oder so davon voll sind das müssen andere beurteilen das ist ich bin keiner der sich selbst lott und so ich sage halt einfach nur wenn ich was mache dann habe ich da auch ein gewisses Ziel hinter und letztes Jahr war es mir egal und dieses Jahr heißt einfach das Ziel definitiv mindestens aber besser da zu stehen als im letzten Jahr also Subs mäßig Follower mäßig von der View Anzahl mäßig Aufruf mäßig einfach sagen zu können du bist größer geworden das ist das Ziel und dafür reiße ich mir echt den Arsch die nächste Zeit auf was das RL daraus machen wird beruflich privat das wird man sehen es kann immer was dazwischen kommen es kann alles komplett anders kommen es kann wieder eine Mental Breakdown Phase von jetzt auf gleich auf einmal geben und sowas ich nicht glaube aber ihr wisst wie ich es meine und daher ja aber ich glaube ich hätte Bock drauf ich glaube ich würde das wirklich einfach testen wollen ich glaube ich würde das wirklich testen wollen vielleicht nehme ich diesen Talk mache ich den mal stand alone ich glaube das mache ich ich nehme diesen Talk das mit was ich gerade angesprochen habe und lade es mal stand alone hoch und werde es mal ein paar Leuten verlinken und mal deren Meinung einholen was die dann sagen würden ob die das feiern würden ob die Bock drauf hätten das fände ich echt interessant weil ich glaube der Podcast ist wieder so lange das hört sich dann nicht jeder an aber ich glaube ich lade es nochmal stand alone hoch mal schauen wir werden es sehen ich bin da noch am am überlegen ehrlich gesagt aber ja Leute so sieht das halt aus was so sieht das aus das Jahr 2023 scheint echt interessant zu werden und erstmal freue ich mich jetzt halt auf den März und ja ihr könnt euch hoffentlich freuen dass es hier weiter geht den Horizont geht jetzt richtig hoffentlich wieder durch die Decke ich hoffe die Aufrufzahlen werden richtig gut iTunes Spotify läuft weiterhin weiter läuft weiterhin weiter ich glaube jetzt sollte ich wirklich aufhören das ist jetzt echt nur Blödsinn also läuft weiter ähm erst einmal und ja meine zwei Streams die Woche mache ich mindestens und ähm im Moment ist es echt meistens so dass ich auch Samstags mal einen Stream mache und so und ich habe auch jetzt schon geschrieben dass wenn diese Woche sogar Zeit ein bisschen Zeit ist also dass ich dann mal einen Diablo Stream rein haue auch unter der Woche weil Diablo ist halt so ein Spiel da bin ich nicht darauf angewiesen wenn ich in Classic irgendwie abends und so online komme da ist halt keiner mehr da kann es halt nichts machen jetzt seid ihr nicht level aber sorry auf Level habe ich gerade echt keinen Bock von daher ja das wäre jetzt eine Möglichkeit oder auch Last Epoch mal irgendwie also mal unter der Woche wenn man ein bisschen Zeit ist einfach mal spontan auch abends noch so vielleicht für so ein, zwei Stündchen einen Stream anzuwerfen wir werden es sehen aber ich versuche jetzt erstmal das beizubehalten was ich mache sprich zwei Streams nächste Woche Quatschrig einmal pro Woche Quatschrig Personal spontan dann halt jeden Tag ins Discord posten Social Media sharen und so und das ist halt mehr als auf mehr als ausreichend ehrlich gesagt mehr als ausreichend und dann habe ich natürlich noch mein Classic Ding ich bin immer Gildenmeister bin Community Meister also Community Lead bin Guild Lead bin Con Creator Lead so in die Richtung das heißt ich verbinde das natürlich auch ein bisschen mit meiner Content Creation das Ganze und ja von daher mal schauen ist jetzt glaube ich wieder viel länger geworden aber so ist es halt manchmal oh Gott ist ja viel länger geworden oh mein Gott das Podcast sollte eigentlich nur anderthalb Stunden werden naja whatever wie gesagt es gibt es auch noch Standalone finde ich einfach super interessant die Idee was wäre eigentlich wenn so würde ich es nennen was wäre was wäre wenn ich meine Concretion Nebenberuf nicht machen könnte irgendwie so in die Richtung ich finde ich super interessant einfach die Idee whatever in diesem Sinne wir hören uns aber wie gesagt geht da mal nicht von aus das ist eher unrealistisch von daher geht davon aus dass Diablo 4 das letzte große Ding werden wird und ob das andere alles so beibehaltbar erscheinen wird und nicht werden wir sehen aber zumindest der Sommer der Juni und so soll ich blasten da soll ich richtig Bock machen und ich freue mich satirisch drauf ich freue mich jetzt auf die nächsten Tage Wochen Monate auch noch als Vorbereitung und ja mir macht das alles Spaß sonst würde ich den Kram nicht machen das sage ich immer wieder weil ja und noch einmal das ist mir ganz wichtig Subs und was ich immer wenn ich von finanzieller von finanzieller Unterstützung spreche ich meine natürlich wirklich nur um das zu refinanzieren also ich meine das wirklich halt wenn man jetzt mal davon von diesem Traum vielleicht absieht von diesem möglichen Traum was wäre Concretion so ein bisschen nebenberuflich zu machen wenn man davon mal absieht ähm ja keine Ahnung dann halt wirklich nur um das zu refinanzieren also um die Kosten zu decken so in die Richtung dass es halt iTunes, Spotify weiterlaufen kann dass ich den Discord-Server weiterhin boosten kann und das sind halt einfach so 40, 50, 60 Euro im Monat manchmal mehr manchmal weniger je nachdem und wenn ich jetzt wirklich mal iTunes, Spotify den Upload durch BuzzFraud weglassen würde dann würde ich einfach und von mir aus auch noch das mit dem Discord-Server dann würde ich einfach jeden Monat mindestens 30, 40 Euro sparen mindestens aber wenn halt das mit der Subs-Zahl und so ansteigt oder vielleicht auch Donations da reinkommen und so vielleicht mache ich auch mal wieder ein Donation-Goal um irgendwie diesen Diablo 4 Coverage-Kram irgendwie zu refinanzieren mal schauen oder irgendwas vielleicht mir da einfallen lassen wir werden es sehen auf jeden Fall ich möchte es nur refinanzieren das ist mein Haupt und ich hoffe dass es in diesem Jahr alles noch gut laufen kann und was halt dann wirklich dann im nächsten Jahr sein wird und so man wird es sehen aber erstmal ist es wichtig jetzt Diablo 4 und mein Kram so weiterzumachen wie es halt ist und ich hoffe es macht euch Spaß ich hoffe ihr habt Bock drauf und in diesem Sinne mache ich jetzt wirklich Feierabend das war es auch schon wieder in der Quatsch-Folik für diese Woche macht es gut und bis dann Tschüssi Koski Tschüssi Tschüssi Vielen Dank.